Einen wunderschönen guten Tag, Alex. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauer und Zuhörer. Genau. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut. Und selber? Mir geht es gut. Ich bin ein bisschen Fitnessstudio zerstört. Aber abgesehen davon kann ich mich nicht beschweren. Das ist die typisch deutsche Antwort, wie in jedem Podcast in letzter Zeit. Ich kann mich nicht beschweren. Ja, kann man nicht mehr gern. Geht mir genauso. Das ist das deutsche Größendobst. Ja? Ja. Das ist schön. Weil wir haben uns im Monat nicht gesehen. Ja, seit der letzten Cast-Aufnahme sogar. Auch. Augsburg. Ja. Übrigens, ich bin gespannt, was ihr sagt, wenn die Folge... Also für uns kommt die Folge morgen raus. Für euch wird die Folge schon vor ein oder zwei Wochen rausgekommen sein. Wahrscheinlich vor einer Woche, oder? Vor zwei Wochen, oder? Alle zwei Wochen. Ja, eigentlich schon, aber... Ach so, aber das ist ja ohne Video. Ja. Und wir hatten längere Pause zwischen dem. Ja. Ja. Dann vielleicht auch eine Woche. Ja. Anyway, ihr werdet es schon wissen. Wir können es noch nicht wissen. Und wir sind aber endlich mal wieder am Start. Wir haben das Setup aufgebaut. Wir haben übrigens ein bisschen anders gemacht diesmal. Ich habe noch ein Licht mehr hingestellt. Und wir nehmen mit der richtig guten Kamera auf. Also mit der besten Kamera, die ich habe. War eigentlich nicht so schwer umzubauen. Ja, vor allem, weil du diesmal auch das längliche Licht genommen hast und nicht mit dem großen Licht, wo ich kaum durch die Türen komme. Wobei ich das auch ein paar Mal oben gegen die Tür rumgehauen habe. Aber im Endeffekt ist es jetzt gut gelaufen. So, ich muss mal einen Zug nehmen. Erzähl mal, holen wir die Leute ab. Ja, wollen wir nicht erst mal mit dem Setup anfangen? Natürlich. Macht doch viel mehr Sinn eigentlich. Natürlich. Ja, also. Ich habe mir die Emotion Future geschnappt. Darüber werden wir gleich auch noch ein bisschen ausführlicher reden. Das Ganze mit dem Cosmoball Türkisch-Variant Standard. Hat er einen genauen Namen, weißt du? Cosmoball Türkisch-Ball. Ja, okay. Drinne habe ich... Ich muss aufpassen, sonst flute ich meinen Kopf wieder. Das wäre doch schön, so mitten im Cars, der vor dem Kopf geflutet hat. Die kann ich mir direkt den zweiten anmachen. Super. Gebaut habe ich mir den Darkside Cosmos. Auch ein neuer Flavor. Ich glaube, darüber haben wir auch noch nicht geredet. Das Ganze mit Quizmove und etwas Blackiwi von Kismet. Oben drauf Nakrani, vier Kohlen und läuft langsam an auf jeden Fall. Bei dir auch eine neue Pfeife? Auch neue Pfeife, neue Bowl. Selber Kopf, den ich jetzt schon ein paar Mal geraucht habe. Aber für mich auch neue Experience mit dem HMD. Fangen wir mal bei der Pfeife an. Ich habe die Bar Hooker Chill. Das ist eine neue Pfeife. Wenn der Cast rauskommt, ist mein Review zu der Pfeife auf jeden Fall schon raus. Ich glaube, Vorverkauf startet sogar heute. Heute ist der 9.3. für uns. Heute geht der Shop online. Ja, heute geht der Shop online. Heute geht die Pfeife online. Erzählen wir später auf jeden Fall noch mehr zu. Aber genau, die Bar Hooker Chill habe ich mir geholt. Die Bowl ist von Cäsar, aber mit dem Design von Bar Hooker entwickelt. Als Kopf habe ich den Werkbund Relic und obendrauf den Akrani, ebenfalls mit vier Kohlen. Nachdem mir der Alex übrigens erst mal nur drei gelegt hat und ich hier gewarnt habe, wie der letzte Depp ist, mein Meerlochkopf endlich warm wird. Kuss dafür. Nein, wirklich danke für das Bauen. Du wusstest aber nicht mehr genau, was du mir reingemacht hast, ne? Nee, also dadurch, ich habe vier Köpfe vorgebaut, weil wir waren schlau, haben direkt zweite Runde vorbereitet. Und ich weiß, dass ich im Kopf auf jeden Fall irgendwas mit Papai Dinner drin habe. Ich meine, ich habe noch Queezmove und Black Kiwi rein, aber da ist auf jeden Fall noch ein Flavor drin. Aber das weiß ich nicht mehr. Ich auch nicht. Aber was schmeckt es dir denn? Lecker. Das freut mich. Sehr lecker. Also ich merke auf jeden Fall die Kismet-Note, ich merke den Papai Dinner, den Blackburn Kiwi Stoner hast du noch mit rein. Nee, Queezmove von Nostef. Boah, den schmeckt nicht raus. Ne? Ne, also Black Kiwi, ja. Papai Dinner, ja. Vielleicht kommt der auch noch. Ist noch nicht 100% an der Brunner. Ich finde auch, Papai Dinner ist einfach krass intensiv. Das ist geisteskrank. Ich bin ja kein großer Fan davon. Sandro auch nicht und ich verstehe es nicht. Ich finde den so gut. Ich finde den nicht so geil. Krass, krass, dass der euch nicht abholt. Weil mich hat, also ich, maybe meine Nummer 1 Blackburn-Sorte. Wobei, das sehr, sehr schnell wechselt bei mir. Erst war es eine Zeit lang der Green Tea, dann war es jetzt eine ganze Zeit lang der Blackburn, hier der Papai Dinner. Und ich glaube, aktuell ist es sogar der Schock an Hans. Ja, der Schock an Hans ist bei mir ja eigentlich seit Tag 1 auf Platz 1. Yes. Mittlerweile, muss ich aber leider sagen, ich war ja lange Zeit nicht auf diesem Supercraper-Zug. War so okay. Aber momentan irgendwie, ich benutze den super gerne. Also mittlerweile, diese Essig nur, diese säuerliche Note da drin, die holt mich richtig ab. Sowohl bei dem Kiwi, als auch bei dem Gruppa. Sehr, sehr nice, ja. Ja, da war ich, das war vielleicht sogar mein, mein erster Blackburn-Heil. Also mal gucken, welches Ort als nächstes kommt, ne? Also ich muss schon wirklich sagen, bei Blackburn ist es für mich, es gibt viele Marken, die einen sehr guten Flavor haben. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel mal als Gegenbeispiel Must-Have angucke. Ja. Kiwi Smoothie. Wow. Äh, Blurry. Wow. Aber dann gibt es halt auch so Sachen wie Forest Berry. Ja. Der ist so, meh. Milrick. Das ist da. Ja, Milrick ist geil. Also ich finde geil. Okay, aber für mich so, weißt du? Aber es geht ja noch weiter. Melanine. Mäh. Dann Pistachio. Pistachio und Pistachio Pie. Ja. Mäh. Ja. Aber Blackburn, also gut, Blackburn hat halt auch jetzt auf einmal sehr viele Sorten released. Das stimmt. Aber ich finde es bei Blackburn bemerkenswert, wie viele Sorten von den Sorten, die es gibt, tatsächlich geile Sorten sind. Das stimmt. Vor allem auch so sehr, sehr nah beieinander, was so diese Harmonität, Harmonie von Geschmack angeht. Also ich finde einfach, zum Beispiel letztens, als wir in Augsburg waren, habe ich den Red Orange mal wieder geraucht und ich muss sagen, super leckerer Flavor. Den habe ich mir jetzt auch sogar umgefüllt. Habe ich gesehen. Red Orange bin ich auch großer Fan. In deinem zweiten Kopf ist der, glaube ich, auch betracht. Oh, nice. Oh, dann freue ich mich auch jetzt schon auf den zweiten Kopf. Erst ein Bapai Dinner und dann ein Red Orange Dinner. Ich merke übrigens gerade, wie der Kopf anfängt. Also hier. Im Kopf. Also ankommt. Ja, ich merke auch langsam, dass er ankommt. Geil. Geil. Ey, ich finde es schön, dass wir uns heute mal wieder eingefunden haben. Ja, ich habe mich auch gefreut. Ich muss sagen, ich habe es ein bisschen vermisst. Weil Alex und ich brauchen, abgesehen von unserer Mario Kart Phase, wo wir uns gefühlt jeden zweiten Tag gesehen haben, auch ohne irgendwie Content zu machen oder so. Am besten klappt das bei uns immer, wenn wir irgendeine Ausrede mit Content finden. Ja. Das stimmt halt einfach wirklich. Aber es ist auch geil, dass man mit jemandem, wo man sagt, dass es ein Freund gleichzeitig noch produktiv was arbeiten kann. Und ich meine, wir setzen uns einfach hin, wir machen uns Pfeifen an, wir quatschen drüber und dann nennen wir das noch Podcast und stellen das ins Internet und sind so, ja, das kann ich jetzt Arbeit verkaufen. Ja, aber es ist wirklich so. Also für mich ist Podcast, also mittlerweile, also Podcast natürlich, da schließe ich noch Spaß an sich. Aber für mich ist es einfach so, ich freue mich einfach so mit dir, mich hier hinzusetzen und einfach zwei Stunden lang zu labern. Entspannend über Pfeife reden. Bei einer Pfeife. Bei einer Pfeife, über eine Pfeife. Genau. Oder über Pfeifen. Über Pfeifen. Über das Thema Pfeife. Shisha. Genau. Wasser Pfeifchen. Hubbli-Bubbli. Genau. Kennst du das nicht? Hubbli-Bubbli? Top. Also ich kenne das als Firma. Ja, auch, aber das hat einen Grund. In Südamerika, Südafrika, also dem Land Südafrika, heißt Shisha Hubbli-Bubbli. Ach so. No joke. Es gibt Länder, in denen heißt es halt nicht Shisha, Hooker, Waterpipe, Kalyan, whatever. Sondern Hubbli-Bubbli. Ach krass, das wusste ich nicht. Ja, daher kommt der Name. Weil Hubbli-Bubbli verbinde ich immer nur mit. Mit Shisha World. Ja, genau. Die haben die Domain, glaube ich, auch, ne? Das weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass das irgendwann mal bei Shisha World bei mir auf einem Lieferschein an der Rechnung stand, Hubbli-Bubbli. Und ich mich so ein bisschen gewundert habe, so, was ist denn das jetzt? Now you know. Wir waren nämlich, als wir mit Rebo-Camp in den Malediven, kannst du mir den Kudelkopf geben, bitte? Ach, der steht da vorne. Das war natürlich doof platziert, ne? Danke dir. Wie, danke dir. Das war nur eine Feststellung. Wie, wohin? Hier auf dem Boden, vor deinen Füßen, zu mir auf den Tisch, neben dir, die Skytech wegstellen. Also mir würden ein paar Optionen einfallen. Alex, weißt du? Was soll ich dich rausschmeißen? Ach, guck mal. Convenient vor mir auf den Tisch gestellt. Ja. Der Wahnsinn. Wir waren mit Rewoshi auf dem Malediven und da habe ich einen Typ kennengelernt, der aus Südafrika kommt. Der war da mit seinen Töchtern am Surfen und ich habe mir den Surfspot angeguckt und wollte da ein bisschen mit dem quatschen, weil das sah ziemlich sketchy aus und das war wohl auch ziemlich sketchy. Anyway, dann sind wir so ins Gespräch gekommen. Der hat uns am Abend noch einen 3-Liter-Bier-Tower ausgegeben. Einfach so, der saß an einem anderen Tisch und auf einmal kam so ein 3-Liter-Bier-Tower zu David Cengiz und mir und wir waren so, Bro, what the fuck? Und auf einmal sitzt der so drüben und winkt so drüber und wir so, holy fuck, wir wollten heute eigentlich nicht trinken, aber okay, let's go. Und der hat mir erzählt, dass das in Südafrika Hubli-Bubli heißt und ich war so, Bro, erzähl mir keinen Scheiß. Das ist ein Joke, oder? Nee, ist es nicht. Das ist cool. Ja. Das ist einfach immer Hubli-Bubli, ne? Nein. Schade. Shishi. Wir shishen eine Runde. Junge, ich habe mal wieder richtig Bock mit dem Alex schön zu shisharen. Wie viele Shishen hast du zu Hause? Ganz viele Shishen. Geil. Ja. Da können wir richtig viel Shisharen. Anyway, bevor uns jetzt alle Leute ausschalten, weil wir wieder einen Gehirnspaß muss kriegen, Setups haben wir abgehakt. Erzähl mir doch mal, bevor wir zu den Shisha-Themen kommen, was ging so im letzten Monat? Ich muss ganz ehrlich sagen, es ging gar nicht mal so viel, weil nach Augsburg, habe ich dann erst, also eine Woche nach Augsburg, habe ich erst mal Corona bekommen und lag dann... Du hattest noch mal Corona? Ja. Ich habe nur mitgekriegt, dass du krank warst. Ja, ich hatte Corona gehabt. Shit. Und war dann, lag dann noch mal zwei Wochen flach. War das schlimm, oder? Nee, ich hatte... Das war so das Belasten dann. Also, ich will das gar nicht jetzt... Es war voll scheiße, dass es nicht voll schlimm war. Was? Das hört sich jetzt doof an, aber ich hatte halt einfach gar nichts. So, ich habe mitbekommen, ein Kollege, war positiv, mit dem ich auch in Kontakt war und dann habe ich einen Test gemacht. Und dann, ich dachte so, ja okay, wird schon nichts sein. Ich meine, mir geht es gut, ist nichts los. Und auf einmal ist er positiv, ich sitze da so und denke so, das ist jetzt nicht dein Ernst. Und dann habe ich mich halt bei mir im Zimmer eingeschlossen, habe halt nichts gemacht. Hast du zwei Wochen in deinem Zimmer gelebt, oder was? Weil, und ich hatte halt wirklich über den gesamten Zeitraum hatte ich so ein bisschen schnupfen, so hin und vier ein bisschen Hals kratzen, aber das war es dann auch. Und dann saß ich da und dachte so, ja, ich könnte eigentlich alles machen, aber... Aber du darfst nicht. Oder also, theoretisch gibt es ja keine Auflagen mehr, ne? Theoretisch gibt es keine Auflagen mehr, aber ich habe dann trotzdem gesagt, so ganz ehrlich, bevor ich jetzt irgendwie rausgehe, jemanden anstecke oder sowas, war mir dann zu doof. Erstmal in Sumera gehen. Ja, hätte ich theoretisch machen können. Ja, denn man darf. Ja. Aber ja, ist auf jeden Fall korrekt, sich dann ein bisschen zurückzuhalten. Dann habe ich halt wirklich zwei Wochen lang im Zimmer gelebt und habe halt Pfeife geraucht nebenbei, weil ich gesagt habe, okay, solange ich halt keine Einschränkungen habe, ist es für mich völlig fein. Wie viele Runden TFT hast du gezockt? Ich muss ehrlich sagen, momentan zog ich gar kein TFT. Ich habe das letzte... Dieses Set habe ich ausgesetzt. Ich werde jetzt wieder einsteigen zum nächsten Update. Aber ich hatte irgendwie nach dem letzten Set nicht mehr so diesen Hype drauf gehabt, muss ich ehrlich sagen. Und dann mittendrin einzusteigen, weil ich dann zwischendurch wieder Bock hatte, macht für mich einfach keinen Spaß, weil ich war ja davor in einer Diamond Elo. Und da dann einzusteigen, ohne irgendeinen Wissen zu haben, macht einfach gar keinen Spaß. Ja, und dann hättest du nur aus dem Maul gekriegt. Und deswegen habe ich gesagt, wenn das nächste Update, jetzt kommt das Mitseason Update... Ja, da hast du was anderes gezockt? Hogwarts Legacy? Nee, ich habe einfach nur ein bisschen LoL gezockt, ein bisschen Aram. Ach, normal. Aram, okay. Aram fand ich früher auch immer. Ich habe jetzt von vielen Leuten gehört, dass LoL wohl richtig reingeschissen haben soll. Dass irgendwie Balancing-mäßig gerade total am Arsch ist, voll die Tankmeter und das allen wohl mega auf den Sack geht. Ja gut, das ist halt relevant, wenn du halt normales LoL spielst. So Aram ist halt... Ja, ich rede von dem ganz normalen LoL. Ja, da haben sie ein bisschen reingeschissen, also auf Pro-Ebene, macht es noch Spaß zu gucken. Also das habe ich relativ viel verfolgt, den Wintersplit. Aber so an sich verstehe ich auf jeden Fall die Aussagen, weil zum Beispiel Jungle-Rolle anscheinend einfach viel zu OP ist, so im Vergleich zu den anderen Rollen. Also ich habe gehört, Tank soll krass sein. Wir hatten es gerade gestern da vorne mit den Hausseiten im Discord. Weiß gar nicht, ob das so krass ist momentan. Also mir wurde gesagt, Tanks sind wohl OP und anstatt das zu fixen, hat Riot noch ein Item reingepatcht, was nochmal krasser für Tanks ist. Ja okay, das ist mit zwei drin. Da bin ich ehrlich. Ich verstehe davon auch nichts. Dass ich LoL gespielt habe, ist wahrscheinlich 10, 12 Jahre her. Also keine Ahnung, wie das aktuell ist. Ich gucke mal in so ein Tournament rein oder so. Das Problem ist, ich habe das so wahrgenommen, das Problem eigentlich ist, dass im Early-Game sind die ganzen Bruiser, so was Richtung Tank-Gates sind die eigentlich... Die was? Bruiser. Bruiser? Ja. Okay. Also so Mili-Nagern-Style. Ja genau, Mili, die auch dann Tanky werden im Endeffekt. Was wäre da so ein Beispiel? Tarek hieß der so? Ne, Tarek ist Supporter. Ach, Tarek ist Support. Das war dieser Knight, ne? Ja. Hat der nicht so ein Schwert? Ihr merkt schon, mein LoL ist... Also ich habe früher immer Ash als ADC auf der Botlane gespielt. Ja, Ash spielt mir mittlerweile als Supporter. Bitte was? Ja. Ja, bin da wohl raus. Ja, ne, auf jeden Fall, dass so diese ganzen Bruiser so am Anfang im Early-Game nicht so stark sind und dann halt im wirklich Late-Game sind die einfach fucking okay und dass halt diese Gap dazwischen, dass die Games einfach früher fertig gesnowbold werden, bevor die halt relevant werden, dass das halt... Es ist immer nervig, wenn die Games früher gesnowbold werden, ne? Ja. Liegt doch gar kein Schnee mehr. Willst du denn snowballen, Alex? Ey, keine Ahnung, was der Junge da redet. Für die Leute, die LoL verstehen, würde das bestimmt Sinn gemacht haben. Für mich leider nicht so. Anyway, LoL wohl eher raus bei den Leuten im Moment, ne? Weißt du, was bei den Leuten aber geisteskrank in ist, um wieder einen gewohnt guten Übergang zu bringen? Was denn? Hogwarts Legacy. Das habe ich mir fast gedacht. Ja. Auch der Mo, ne? Hat ja geisteskrank mit seiner Freundin durchgesuchtet. Echt? Ja, ja. Das hast du auch geisteskrankt bekommen. Ich hatte ja den Plan, dass ich es on-stream zocke. Und das hat auch am Anfang ganz gut funktioniert. Aber das Spiel erfordert einfach mehr Zeit, als ich streame. Also ich habe zwar mal den ein oder anderen Extra-Stream mit eingebaut. Normal streame ich ja dreimal die Woche. Dienstags, Donnerstags und Sonntags ab 19 Uhr. Das geht nicht mit Hogwarts Legacy. Also wenn ich fünf Stunden streame und davon drei Stunden Shisha-Talks hin und dann noch zwei Stunden was anderes gezockt wird oder so, dann komme ich bei Hogwarts Legacy nicht voran. Also ich werde das Spiel jetzt weiter für mich zocken. Wir haben es ein bisschen on-stream gezockt. Ist wunderschön geworden. Ist saukool geworden. Also für jeden, der auch nur ansatzweise ein klein bisschen Begeisterung für das Harry Potter-Universum hat, ist das glaube ich was sehr, sehr Cooles. Auch wenn es für alle, die es nicht wissen, für die drei Leute, die es nicht wissen, es geht nicht um Harry Potter und es spielt auch vor der ganzen Harry Potter-Zeit. Aber es ist halt trotzdem einfach geil, in einem Open-World-Game durch ganz Hogwarts laufen zu können und auch die Orte nebendran noch so. Hogsmeade, ne? Wie war das? Alle Wege führen nach Hogsmeade. Immer wenn du nach Hogsmeade reinläufst, springt dein Charakter so ein Spruch. Und da gibt es zwei, die andauernd kommen und die hängen jedem zum Hals raus. Das ist einmal, es gibt keinen gemütlicheren Ort als Hogsmeade oder so. Und alle Wege führen nach Hogsmeade. So wie alle Wege führen nach oben. Dann einfach, okay, you get it. Das haben wir viel gespielt und ansonsten war bei mir eigentlich auch nichts irgendwie herausragendes in den letzten vier Wochen. Viel gearbeitet wieder, endlich. Es kamen mal wieder mehr Videos. Das hing eine ganze Zeit lang zum Anfang des Jahres, aber läuft jetzt wieder schön an. Gestern habe ich auch wieder gedreht. Das Review zu der Baruka, das wird für euch schon online sein. Das Review zu der Future ist schon online. Mein Video zu den Cosmobolds werde ich die Tage noch raushauen. Das gibt es auch ein Video zum Natureheim.de gemacht, oder? Natureheim.de kam auch noch ein Video. Das war halt ein Stream-Mitschnitt, ne? Ah, okay. Ja, aber das läuft auf jeden Fall wieder schön an und viel Stream. Und da haben wir auch coole Sachen gemacht in letzter Zeit. Zum Beispiel die Song-Battles. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich habe das mitbekommen, weil ich zu meinem Bruder ins Zimmer reingelaufen bin. Und dein Bruder hat Stream geguckt und du nicht. Wow. Kuss an Alex, Bruder. Schmutz von Alex. Ich laufe da rein und höre da einfach nur Marvin. Dann laufe ich so rum, gucke auf den PC und dann sehe ich da einfach nur, wie du da sitzt. Mit zwei Songs neben dir und denkst du, ah, okay, gucke ich mir mal an. Ja, dann habe ich das gesehen. Eigentlich eine ganz coole Idee. Ey, vor allem, ich dachte, ich habe mich wirklich einen Morgen hingesetzt. Das, by the way, für Streaming war ein sehr schlauer Spruch. Streaming erfordert ungefähr doppelt so viel Vorbereitungszeit wie die Streamingzeit selbst. Nur mal als Denkanregung für die Leute. Ähm, ich habe mich einen Morgen hingesetzt, weil wir haben sehr viel Marbles on Stream gezockt, um Köpfe zu verlosen. Das ist so ein Spiel, jeder, der im Twitch-Chat ist, kann Ausrufezeichen Play mit eingeben. Und dann spielt der mit und dann wird jeder eine Murmel und dann ist das so eine Murmel-Rennstrecke praktisch. Und die erste Murmel, die durchkommt, ne, die gewinnt halt. So, und dann dachte ich mir, das ist eigentlich übel geil, so Games, die man mit dem Twitch-Chat zocken kann. Also Leute, die einfach nur auf Twitch zugucken, ohne dass sie was downloaden müssen, installieren müssen, kaufen müssen. Einfach nur einmal im Twitch-Chat was schreiben und du bist wieder dabei. Finde ich übel geil. Also habe ich mich einen kompletten Vormittag hingesetzt, ein bisschen Stream-Research betrieben und habe weitere Spiele rausgesucht, die in so eine ähnliche Richtung gehen. Also Spiele, die man aktiv mit dem Twitch-Chat zocken kann. Und habe da Song-Competition gefunden und dachte, geil, jetzt habe ich was richtig Neues rausgefunden. Ja, turns out, die Hälfte der Streamer-Freunde, die ich habe, kannte das schon. Und ich dachte, das wäre super special und super neu und ich bin der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der das Spiel kennt. Ja, das auf jeden Fall nicht, aber ich glaube, für meine Leute und für mich war es schon was Neues. Auch wenn es nicht so neu war, wie ich mir maybe gedacht habe. Anyway, Song-Competition können Leute aus dem Twitch-Chat mitspielen und können Songs, also du spielst das mit 32, 64 Liedern, wie viele du halt haben möchtest, und dann treten immer zwei Songs gegen einen an. Das heißt, der Alex kann dann sagen, mein Lieblingslied ist das Gummibärenbanden-Intro und dann kopierst du dir den Spotify-Link und schickst den in die Song-Competition rein. Und ich denke mir, nee, das Dragon Ball-Intro ist das Geilste, was es gibt und ich schicke das rein. Und dann kommt eine Runde und dann steht da Gummibärenbande versus Dragon Ball. Und dann kann man beide kurz mal reinhören und dann kann der Twitch-Chat entweder 1 für Gummibärenbande oder 2 für Dragon Ball eingeben und so kann der Chat dann noch voten, was geiler ist. Und so spielst du dann immer weiter und weiter. Ja, das haben wir jetzt ein paar Mal gespielt und das ist übel funny. Und heute Abend kommt der Phil zum Streamen vorbei, der hört ja auch sehr viel Musik. Ich glaube, Phil ist der Mensch mit den meisten Spotify-Minuten, den ich kenne. Ich weiß nicht mehr wie viel, aber auf jeden Fall über 100.000. Also richtig krass, der hört irgendwie gefühlt 8 Stunden am Tag Musik. Allein so auf der Arbeit nebenbei und dann abends noch nebenbei und so. Ja, der geht ja auch gefühlt alle drei Tage auf irgendein Konzert. Das stimmt. Ja. Und dann würde ich heute Abend, glaube ich, gerne die nächste Runde beim Phil zocken. Ja. Also im Stream ging viel. Wir haben viel gezockt. Wir haben Warzone gezockt. Wir haben Song Competition gezockt. Marbles gezockt. Wir haben super viele Köpfe wieder verlost. Das ist auf jeden Fall sehr nice. Und letztes Wochenende habe ich mir tatsächlich mal wieder freigenommen, sozusagen. Kennt man eigentlich fast gar nicht von dir. Es war auch ein bisschen ungewohnt. Es war auch wirklich ein bisschen ungewohnt, einfach mal drei Tage am Stück nicht zu arbeiten. Ja. Also es war Freitag, Samstag, Sonntag und sogar noch der Montag. Ja, dann sind es sogar vier Tage gewesen. Oh Gott, so viel Urlaub hatte ich ja die letzten Jahre nicht. Ja, das letzte Mal in... Abgesehen von Holland. Genau. Ja, über meinen Geburtstag. Stimmt. Da habe ich zum ersten Mal in fünf Jahren fünf Tage Urlaub gemacht. Und jetzt schon wieder vier. Das nimmt Überhand. Wir haben neun Tage Urlaub in fünf Jahren. Da arbeitest du gar nicht mehr. Nee, wirklich gar nicht mehr. Schmutz. Ich war im Palmgarten in Frankfurt. Das habe ich gesehen, ja. Ja. Was haben wir noch gemacht? Thermobat. Oh ja, Thermo war dann montags schön in die Sauna. Toskana Thermo in Bad Orb. Wie ist die? Da waren wir noch. Geil. Ich finde die cool. Also sie ist schön klein. Also es ist nicht so eine riesen... Also wenn du jetzt so mit Thermo Erding oder sowas vergleichst, ist kein Vergleich. Das ist wahrscheinlich ein Zehntel von Thermo Erding. Aber die haben ein paar schöne Saunen. Die haben einen kleinen Außenbereich, wo du dich hinlegen kannst. Es gibt eine Außenpanorama-Sauna. Es gibt auch ein richtiges Schwimmbecken, was ich zum Beispiel ziemlich cool fand, weil ich auch noch 60 Bahnen geschwommen bin. Okay. Ja. Ich mag das dann erst ein bisschen Sport und dann noch Entspannung. Und danach bin ich so richtig in Trance fast. Ja, habe ich ein paar Aufgüsse mitgemacht, ein bisschen geschwommen. Also super entspannt. Ja, ganz entspannt. Das war auf jeden Fall sehr cool. Ja. Und dann habe ich mich gestern im Gym zerrissen. Ich habe jetzt gestern angefangen, ich will wieder ein bisschen umstellen. Ich habe die ganze Zeit so ein normales Push-Pull-Prinzip gemacht. Beine habe ich meistens noch am Pull-Day mit reingebracht, weil ich keinen extra Bein-Tag haben wollte, weil Beine siehst du nicht im Club. Und im Stream, ne? Oder in der Shisha-Bar. Ja, im Stream siehst du keine Beine, genau. Deswegen ist es irrelevant. Und habe da jetzt umgestellt und will wieder ein bisschen mehr auf Kraft gehen. Da habe ich gestern nur drei Übungen gemacht. Ich habe nur Bankdrücken, Overhead-Press und dann noch zum Abrunden Trizeps-Push-Downs gemacht. Und meine Brust. Alter. Und heute ist der erste Tag nach dem Training. Holy Shit. Ich will gar nicht wissen, wie der Muskelkater morgen wird. Aber es tut heute schon so weh. Also das Schlimmste bei mir war, glaube ich, in letzter Zeit nach Corona wieder der erste Beintag. Das war... Oh, das glaube ich. Es hat gar keinen Spaß gemacht. Das war echt sehr, sehr schlimm. Aber ich bin jetzt auch langsam wieder in der Routine drin. Von daher ist es okay. Wie ist deine Bench-Leistung aktuell? Gar nichts mehr. Dein Benchmark? Bench, also normale Langhantel-Bankdrücken habe ich komplett rausgenommen. Jetzt seit Anfang des Jahres, glaube ich. weil ich halt meist allein trainiere und ich habe keine Lust mehr, dann für meine drei Arbeitssätze, wo ich dann bei 110, 120 war, mir dann jedes Mal jemanden zu suchen. Vor allem, du weißt auch nicht, wie der dann spottet. Und dann bin ich halt wieder umgestiegen auf Kurzhanteln. Außer du würdest halt endlich mal zu mir ins Gym switchen. Nee. 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 Moe überlegt, ob er zu mir kommt. Ja? Ja. Ja, ich war ja mit Moe auch nochmal trainieren gewesen. Ja, habe ich gesehen. Bei denen im Gym. Und ich muss sagen... Aber da warst du nicht happy, ne? Nee, gar nicht. Also sehr, sehr klein, sehr viele Sachen, die mir fehlen. Und von den Geräten, die da sind, hat mich auch nicht alles so wirklich angesprochen, muss ich sagen. Und ich glaube, mein größtes Problem ist sogar, dass ich momentan ein Riesen-Fan bin von Hackenschmidt für die Beine. Die machst du fast immer, ne? Ja. Ich bin immer ein bisschen neidisch, wenn ich die bei dir sehe. Aber mit meinem neuen Trainingsbrand brauche ich dann nur freie Squats. Ja, und das Ding, ich bin ja auch bei freien Squats weggegangen, weil dieser zwischen Risiko und Muskelaufbau ist mir einfach eine zu große Gap, wo ich dann sage, Hackenschmidt ist eigentlich perfekt, weil... Aber hast du bei Squats so ein krasses Risiko? Ja, wenn... Ich finde schon, wenn du halt bei 140 plus irgendwann da mit der Hüfte ein falsches Bögen machst, also da geht es relativ schnell, dass du irgendwas machst oder irgendwie wegrutschst. Und dann weiß ich halt, bei der Hackenschmidt bin ich halt fokussiert und kann wirklich das Gewicht kontrolliert auch bis zum Ende gehen. Da müsste man vielleicht einfach bei den Squats nochmal 10 Kilo runtergehen. Nee. Nein, das ist keine Option. Das wollen wir nicht. Weniger Gewicht auf die Hand. Nein, 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 nein. Das geht nicht. Das Ego drückt mit. Ja, und deswegen muss ich sagen, Hackenschmidt ist schon so ein riesen Ding, wo ich sage, okay, das hätte ich schon gerne im Studio. Und es gibt aber sehr, sehr wenige Studios, die wirklich einen Hackenschmidt haben. Meins hat es auch nicht. Ja. Finde ich auch sad. Wir haben sehr, sehr schöne Squad-Racks. Und wir haben eine normale Beinpresse, aber eine Hackenschmidt haben wir leider auch nicht. Erklär doch mal kurz, was eine Hackenschmidt ist für die Leute. Also Beinpresse kennen die meisten. Hast du einen Sitz am Boden und du drückst nach oben die Beine weg. Squats ist einfach nur ein Rack, wo ein Langhantel drin hängt. Und Hackenschmidt ist im Endeffekt ein fixiertes Quad, könnte man fast sagen. Fast eine umgedrehte Beinpresse. Genau, halt im Stehen und bist halt eingeklemmt mit dem Körper. So ein bisschen 45-Grad-Winkel. Ja, und kannst halt einfach deine Squat-Bewegung, deine ganz normale Druckbewegung, über den Schlitten machen. Das heißt dann, du kannst einfach plate-loaded dein Gewicht einstellen und bist dann auch relativ sicher. Das heißt, wenn du das Gewicht ablässt, dann bleibst du einfach mit dem Schlitten unten. Und du kannst auch mit der Hüfte, dadurch, dass dein kompletter Rücken gepolstert ist. Also du liegst praktisch mit dem Rücken auf einer Fläche drauf. Genau, kannst du halt mit dem Rücken, mit der Hüfte nicht ausweichen, was halt bei freien Squats doch mal schnell passieren kann. Ja, fühle ich mich einfach wohler drin. Und bei mir ist halt das Problem auch noch Mobility, bin ich ehrlich. Also das ist halt so bei normalen Squats, wo ich sage, okay, da könnte theoretisch schon noch mehr gehen, aber mein Körper sagt halt, da geht nicht mehr so viel mehr. Und da fühle ich mich einfach bei Hackenschmidt weitaus sicherer. Und ich bekomme es auch, muss ich ehrlich sagen, viel, viel besser in die Beine rein, weil ich mich da viel besser drauf konzentrieren kann. Ja, ist halt fokussierter. Ja, auf jeden Fall. Wie immer, freie Squats ist halt eine komplette Ganzkörperaufgabe. Wenn dein Rumpf nicht mit stabilisiert, bist du halt mies am Arsch. Und Hackenschmidt ist halt so die konzentrierte Beinvariante sozusagen. Ja, ich finde Hackenschmidt eigentlich auch cool. Also wenn ich jetzt einen normalen Hypertrophieplan weitermachen würde oder Push-Pull-Beine, dann würde ich eigentlich auch gerne nach freien Squats noch mit der Hackenschmidt abrunden. Aber habe ich heute nicht. Ja. Das ist eigentlich so das einzige Gerät, was ich bei mir im Gym vermisse, muss ich sagen. Ja, und ansonsten war es halt so, ich habe zwar angefangen zu gucken, auch in ein anderes Fitnessstudio zu gehen. Das Problem ist, bei uns im Fitnessstudio kamen dann noch neue Geräte, die auch echt eigentlich ganz geil sind. Okay. Was dann auch noch so dazu beiträgt, dass ich sage, eigentlich würde ich schon gerne abbleiben. Ja. Ja, kann ich nachvollziehen irgendwo. Man ist halt auch irgendwann einfach eingespielt, ne? Ja, also wie gesagt, ich habe mir zwei andere Gyms jetzt in der letzten Zeit angeguckt und war jetzt nicht so krass happy. Natürlich, was bei dem einen Gym, wo auch morgen geht, perfekt wäre, das ist zwei Minuten von mir weg. Alles war schon super entspannt, dass ich mich nach dem Fitnessstudio ins Auto gesetzt habe. Wie lange fährst du zu deinem jetzigen? 15 Minuten. Ist halt schon also 15 Minuten hin, 15 Minuten zurück. Ja, bist du eine halbe Stunde wieder im Auto, bei 16 Stunden wach. Genau. Ist das schon ein 32. vom Tag. Ja, es hört sich so dumm an, aber es ist halt wirklich so. Es ist halt im Vergleich 30 Minuten fahren gegen 5 Minuten fahren, sind halt 25 Minuten, die du mit was anderem verbringen könntest. Genau. Und gerade wenn dann Zeit ein bisschen knapp ist, ist das schon sehr kostbar. Ja, muss man halt abwägen, ne? Wenn du dafür dann da die Geräte hast, die du magst. Genau. Deswegen, solange es mir das Training da noch Spaß macht, dann so lange bleibe ich da noch da. Ja. Ja, genau. Also tatsächlich gar nicht so krass viel bei uns passiert, dafür, dass wir uns jetzt einen Monat nicht mehr gesehen haben. Das stimmt, ja. Aber businessmäßig, oh business, business, businessmäßig, war schon einiges los. Also es sind neue Pfeifen rausgekommen. Achso, das meinst du, ja. Was hast du jetzt gedacht? Ich dachte gerade irgendwas mit irgendwo hinfahren oder irgendwelche Events, da habe ich mir gerade überlegt. Ja gut, Augsburg. Genau, da haben wir ja noch nicht drüber geredet. Die letzte Folge war ja vor Augsburg. Ja. Das heißt, da könnten wir jetzt eigentlich wieder anknüpfen, weil wir waren ja dann bei der Shop-Eröffnung von YouTube-Becco-Shop von der New GmbH. Genau. Also die Firma, die Blackburn, Fumelo, Dosage und Nasch holt. Ja. Nach Deutschland. Rein. Tut. Rein, tut. Bring. Stimmt, wir können auch noch über Fumelo und Dosage reden, aber auch nicht gemacht. Ja. Okay, Dosage ist kacke. Willst du noch was hinzufügen? Ich finde Dosage nicht kacke. Echt? Ja, also ich muss sagen, im Mählochkopf fand ich die eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also ich muss sagen, der, der, ja? Nein, ich wollte nach deinem Punkt was. Weil ich habe gesehen, dass du den ersten Kopf im Funnel gebaut hast. Ja. Und ich habe mir nämlich relativ zeitgleich einen Kopf von Dosage im Mählochkopf gebaut. Und ich war eigentlich relativ happy. Also ich fand den Cashmere Cherry, was für mich ist das so an Cashmere Cherry angelehnt, soll ja glaube ich das auch sein, Fand ich eigentlich echt sehr, sehr gut. Der Traube hat mich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Der Pink Bitch, der war okay. Fand ich, wenn du halt eine Pinkman Alternative, also wenn du halt einen Pinkman hast oder auch einen, ich glaube Pink Pop heißt der bei Fumelo, finde ich der Pink Bitch ist unnötig. Und den Zigarren Null habe ich noch gar nicht geraucht, aber zum Beispiel, also den Cherry fand ich echt sehr, sehr lecker. Und allgemein alle haben bei mir auch performt. Also das war bei dir ein Riesenproblem. Ja. Dass die gar nicht performt haben. Also ich muss fairerweise sagen, ich habe Dosage bis jetzt nur einmal im Funnel geraucht. Und der Kopf war so schlecht, dass ich den nach einer halben, dreiviertel Stunde ausgemacht habe, weil ich lieber noch was anderes rauchen wollte. Weil es mein Gute-Nacht-Kopf war. Und es war einfach nicht zufriedenstellend. Und deswegen habe ich mir lieber noch was anderes angemacht. Ich muss dem noch mal eine Chance im Mähloch geben. Ja, also Mähloch würde ich auf jeden Fall empfehlen. Aber Flo hat zum Beispiel auch gesagt, der findet den auch nicht so gut. Ja, mit Flo habe ich auch letztens. Und Flo ist jetzt auch immer häufiger mal auf dem Discord mit dabei. Wenn er irgendwas arbeitet, kommt er nebenbei bei uns auf dem Discord. Hat er auch erzählt, dass er jetzt auch nicht so happy war mit Dosage. Aber ich gebe dem Ganzen noch mal eine Chance im Mähloch. Fumelo ist bei mir relativ ähnlich. Also bin ich jetzt auch kein Riesenfan von. Ich muss sagen, für mich bis jetzt immer noch mit Abstand die Nummer 1 Marke von der New GmbH. Blackburn. Ja, zu 100%. Ich finde auch, Blackburn und Nasch sind auf jeden Fall die beiden, die auch immer noch am besten sind. Fumelo hat mir der Mojito sehr, sehr gut gefallen. Den muss ich noch probieren. Ich habe jetzt vor allem Fashion, Pinkpop, den Cola Limette, die habe ich geraucht. Ich glaube, davon habe ich noch keinen geraucht, außer den Pinkpop. Und Pinkpop war halt, wenn du halt Pinkman hast, ja. Ich finde halt, alle vergleichen ihn mit Pinkman, aber ich finde das, also ich finde, der Name ist unklug gewählt, weil dadurch halt direkt der Vergleich mit Pinkman zustande kommt. Aber es ist halt eine total herbe und saure Grapefruit und nicht so eine, Pinkman ist ja die süßeste Grapefruit, die es jemals auf dem Markt gab. Ich finde trotzdem, dass auf jeden Fall Parallelen da sind, die einfach nur noch mal verstärkt werden, dadurch, dass man halt diesen Namen gewählt hat. Am besten hätte man ihn noch mal umbenennen sollen oder anders nennen sollen, dass es halt wirklich ein eigenständiger Tabak ist, weil so ist halt die Parallele zu Pinkman direkt da. Und ich finde, ein Pinkman ist es halt einfach nicht. Es ist wie eine saure, bittere Variante von einem Pinkman. Ich finde, da hat trotzdem noch eine gewisse Süße mit drin, aber halt auf keinen Fall dieses Bapsüße, was ein Pinkman bringt. Ja, finde ich auch. Ja, also anyway, das sind die ganzen Marken von der New GmbH und wir sind nach Augsburg gefahren, weil die New GmbH, die haben da ihr Büro. Und vor dem Büro ist noch ein kleines Ladenlokal. Und da haben die jetzt noch mal einen Shisha-Laden eröffnet. Das war übrigens auch sehr, sehr witzig, als wir angekommen sind. Wir sind da hingelaufen und dann haben wir einen Laden. Erstmal das Viertel, wo der Laden ist. Also Augsburg war echt nicht schön. Nee. Sorry für jeden, der aus Augsburg kommt. Wahrscheinlich haben wir auch nur genau die hässlichste Ecke gesehen, die man von Augsburg sehen kann. Aber da, wo wir in Augsburg waren, das war das erste Mal, dass ich in Augsburg war. Kein guter erster Eindruck. Nee, nicht wirklich. Auf jeden Fall laufen wir da so die Straße lang, haben dann einen Shop gesehen. Und wir waren relativ früh da. Ich glaube, wir waren sogar die, nicht ganz die Ersten, aber unter den Ersten. Aaron und Dave von Academy waren schon am Start. Und laufen da in den Shop rein und haben erstmal einen riesen Schock bekommen, weil wir wussten ja, dass einige Leute eingeladen sind. Und der Laden, was du halt als erstes siehst, ist halt nicht so groß. Nee, das ist vielleicht der Raum von hier abgeschnitten nach da. Ja. Also es ist wirklich nicht groß. Wie viele Quadratmeter werden das sein? 15? Ja. 15? Maybe 18? Ja, irgendwas zwischen 15 und 20. Also auf jeden Fall ein sehr kleiner Laden. Ich meine, Auswahl ist top. Was Pfeifen angeht. Und Equipment. Ja. Das ist top. Aber was Tabak-Auswahl angeht, ist es halt der Shop von New. Genau. Das heißt, die einzige andere Marke, neben den Marken, die von New geholt werden, war Shisha-Kartell in Alfacher. Das stimmt. Und das habe ich auch dem Eugen gesagt. Also Eugen ist der, sagen wir, CEO von der New GmbH. Das finde ich schade. Weil wegen was gehen Leute am häufigsten in den Shop? Tabak und Kohle. Das ist das, was du regelmäßig holen musst. Das sind Verbrauchsgüter. Eine Pfeife verbraucht sich ja nicht. So. Und Zubehör verbraucht sich auch nicht. Also zumindest so Sachen wie Kopfbohrgabeln, Zangen, Kohlekörbe, Köpfe, Aufsätze, sowas. Und was die Kategorien angeht, war der Shop wirklich krass gut aufgestellt. Vor allem sehr, wie halt die New GmbH generell in die, ich sag mal, russische, östliche, also auch Ukraine, Tschechien, Russland, sowas in die Richtung. Geisteskrank. Also wenn ihr euch sowas mal live angucken wollt und ihr aus der Nähe von Augsburg kommt, kann ich den Shop extrem empfehlen. Wenn ihr einfach nur einen weiteren Tabak-Einkauf machen wollt oder, ja gut, ein Kilo Kohle kriegst du natürlich auch. Aber für einen größeren Tabak-Einkauf lohnt sich das fast nicht dahin zu gehen. Außer man will ganz gezielt die Sachen von der New GmbH. Genau. Also ich denke mal, ich würde eigentlich fast sagen, wenn du wirklich interessiert bist an einer Pfeife, die aus Russland und aus dem ganzen Spaß da kommt, auch was Köpfe angeht. Also hier haben wir uns ja erstmal alle in den Cosmo-Ball gezogen. Würde ich auf jeden Fall dahin gehen. Ja genau die Cosmo, die du gerade raust. Ja genau, habe ich mir auch mitgenommen. Und Flo auch. Und wir sind ja zu dritt gefahren. Ansonsten, wenn man halt wirklich, ich sag mal, ganz normale Tabak-Auswahl begutachten will und sich da irgendwas angucken will, würde ich wahrscheinlich zum Shisha-Welt da um die Ecke gehen. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, dass, weil... Oder man macht beides. Oder man macht beides, ja. Nee, aber ich finde wirklich, ich finde es eigentlich ganz cool, dass da halt wirklich das Angebot wirklich sehr, sehr gezielt darauf gelegt ist, so außergewöhnlichere Pfeifen und Köpfe da auszustellen. Und mit dem Tabak verstehe ich auf jeden Fall so ein bisschen dieses Argument, okay, wir, das ist auch unser Büro da hinten, deswegen stellen wir zu 90% unseren Tabak da hin. Ja. Ist halt die Frage, was man mit dem Shop erreichen will. Ich denke mal, der Shop ist einfach so ein kleines, kann man halt noch mitnehmen. Das ist so Cherry on Top. Genau. Das ist so, ah ja, wir haben den Platz, wir sind sowieso da den ganzen Tag. Also können wir da auch noch kurz ein paar Sachen hinstellen und dann haben wir noch einen Shop. Genau. Ja. Ja, und für Pfeifen und Co. ist auf jeden Fall Killer. Ja, also die Pfeifenauswahl an russischen Sachen, da musst du schon in sehr gezielte Online-Shops reingucken, um das zu finden, was da so rumsteht. Und dann kannst du es dir nicht live angucken und bei den Jungs kannst du es dir live angucken. Das heißt, für mich wäre das eher so ein Specialty-Shop, wo man mal hingehen kann, wenn man gezielt irgendwie cooles Zubehör oder sich eine neue russische coole Pfeife zulegen möchte. Dann kann man sich das mal live angucken und direkt anfassen, angucken, aussuchen. Aber für den Everyday-Tabak-Einkauf, Restock ist das, glaube ich, nichts. Außer, wie gesagt, man will direkt Naschprodukte. Aber für uns war es trotzdem extrem cool, weil es gab noch leckeres Essen, wir wurden getränkemäßig sehr gut versorgt. Es gab diese Wellnessbirne. Die gute Birnenlimonade. Die gute Wellnessbirnenlimonade. Wir haben sehr viel geraucht. Wir hatten natürlich eine sehr gute Tabakauswahl beim Rauchen. Und es waren sehr viele Kollegen da, die man nicht allzu oft sieht. Also Beispiel Maxi, Allgäu und so. Die ganzen Jungs noch aus Köln-Bonn-Region, sage ich mal. Die Mannheimer-Klicke war am Start. Ich glaube, die einzigen, die gefehlt haben, es waren ja sogar David und Schmiddy da. Aus Berlin. Ganz nach unten nach Bayern gefahren. Ja, Cengiz auch. Cengiz auch, stimmt. Nee, warte mal, es war nur Cengiz da. Ich verwechsel das gerade mit Summit. Stimmt, der hat David und Schmiddy waren ja nicht da. Die waren beim Summit. Da kommen wir dann gleich noch zu. Nee, aber Cengiz ist aus Berlin extra runtergefahren. Und ja, also krass. Also es haben nicht so viele gefehlt. Nee, es war wirklich ein sehr, sehr cooles Aufnantreffen auf jeden Fall. Ja, das war auf jeden Fall nice. Genau, und dann saßen wir einfach noch schön den Nachmittag zusammen, haben Pfeifchen geraucht, haben gequatscht, alle mal wieder gesehen. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Hat Spaß gemacht. Ja, dann haben wir den ganzen Tag ordentlich Habli-Bubbli geraucht. Und dann sind wir abends wieder heimgefahren. Ja. Mit einem kleinen Stopp bei Megis. Birking. Birking? Ja. Richtig? Stimmt. Ich werde in letzter Zeit zunehmen zum Megis-Fan, ne? Warum im Vergleich zu Big Hey? Weiß ich gar nicht. Ich glaube größtenteils sogar wegen den Pommes. Ach krass. Ich finde diese sipschigen, absolut geisteskrank versalzenen Megis-Pommes irgendwie geil. Das ist so ein kleines bisschen Guilty-Pleasure in letzter Zeit. Ich muss sagen, Pommes fühle ich halt gar nicht. Die Pommes gebe ich meist meiner Freundin ab. Echt? Ja, ich bin gar kein Pommes-Fan, wenn es irgendwie um Birking oder Megis geht. Krass. Also gerade bei Megis finde ich die echt wild. Ne, also ich gucke lieber nach Burgern. Oder halt Nuggets vielleicht noch. Also Nuggets zum Beispiel 100% Megis. Ja. Wobei ich die neue Rezeption, also neu ist es jetzt auch nicht mehr, ist ja schon ein paar Jahre jetzt. Die Birking-Nuggets finde ich gar nicht mehr so scheiße, wie die früher waren. Das stimmt, aber ich finde trotzdem noch Megis-Nuggets auf jeden Fall besser. McDonald's, Chicken Nuggets sind auf jeden Fall OP. Ja. Safe. Wusstest du, dass Megis jetzt auch Chili-Cheese-Snacker hat? Ne. Also die haben jetzt praktisch auch die Chili-Cheese-Nuggets von Birking, hat Megis jetzt auch. Ach krass. Ja, und die sind gar nicht so scheiße. Die sind ein bisschen knuspriger, aber vom Käse drin ist Birking geiler. Ich muss ehrlich sagen, ich war dieses Jahr nur einmal bei BK bisher. Also ich mehr. Weil ich hatte, als ich krank war, ich habe ja versucht, dass... Also wait, das eine Mal, wo wir bei Birking waren, war das einzige Mal, dass du Fastfood gegessen hast? Ne, da habe ich ja gar nichts gegessen. Ach stimmt. Das einzige Mal war, als ich krank war, ich habe ja angefangen jetzt Anfang des Jahres so ein bisschen wieder auf Ernährung zu achten und auch hin und wieder ein bisschen Cardio zu machen, weil einfach... Cardio. Cardio. Ja. Was ist das? Das ist so ein bisschen Ausdauertraining, weißt du. Ausdauertraining. Ja. Kennst du gar nicht, ne? Wie kommt dann das Muskelwachs zum Zustande? Ja, das ist mit dem Training davor, mit dem Krafttraining, weißt du. Krafttraining kenne ich. Ja. Und danach mache ich dann noch Cardio. Cardio. Ja. Aha. Interessant. Muss ich mal googeln. Ja. Versuch's mal. Nein, ich will ja auch schwimmen und so. Ne, auf jeden Fall habe ich versucht, da wieder ein bisschen Gewicht runter zu gehen, weil es war am Ende des Jahres auf jeden Fall schon sehr, sehr viel. Gelinde gesagt warst du so fett wie noch nie. Ja. Ja. Das trifft sehr, sehr... Das war ja wirklich der Punkt, wo zwischen uns beiden nicht mehr viele Kilos waren. Ja. Und ich bin ein bisschen größer. Ja, ein bisschen, ja. Aber du hast auch mehr Muskelmasse. Auf die Totale gerechnet, maybe, gar nicht so. Aber auf die Körpergröße prozentual gerechnet, auf jeden Fall. Ich war ja bei... Also Peak waren 117. Ja. Ja, da war ich auf jeden Fall schon mal drunter. Aktuell nicht. Ich bin leider wieder fünf Kilo hochgegangen, aber ich habe ja auch in der Schweiz sehr viel gegessen. Das glaube ich dir. Aber Bro, Schweizer Schokolade, Schweizer Käse oder wie wir Schweizer zu sagen pflegen, Schweizer Chas. Wir Schweizer. Wir Schweizer. Ich bin jetzt eingebürgert. Ich habe jetzt sogar ein Schweizer T-Shirt. Ein rotes T-Shirt mit einer weißen Schweizer Flagge drauf. Aber ich erzähle gleich noch von meinem Schweizer Stab. Das war nämlich sehr, sehr schön. Ja, bin ich auch gespannt drauf. Wir kommen einfach jetzt dazu. Ja. Ja. Weil das ist eigentlich das Nächste, was dann auf der Agenda steht. Augsburg war aber eigentlich sonst nur viel, viel Hubli-Bubli. Eingefahren, Birking, Hubli-Bubli. Ja. Ja, that's it. Ja, es stand nämlich ein Event an und zwar Shisha Summit. Shisha Summit wurde uns gegenüber so kommuniziert, dass es eigentlich mehr ein szeneninternes Event ist, was jetzt für Blogger gar nicht so interessant ist. Im Endeffekt hat sich das rausgekommen, war doch sehr interessant. Aber am Anfang hat sich das angehört, als wäre das eine Reihe von relativ langweiligen Vorträgen, die größtenteils die Tabak- und Shisha-Industrie interessieren wird und gar nicht mal so jetzt Privatpersonen oder Blogger. Und deswegen war ich auch wirklich noch am Überlegen so, boah, fahre ich dafür, das war ja in Zürich, auch noch in einem sehr teuren Hotel in Zürich. Ich glaube, eine Nacht hat 350 Euro gekostet. Du hättest zwar nur eine Nacht buchen müssen, aber sind trotzdem 350 Euro und da hatte ich keinen Bock drauf. Zum Glück kenne ich ja einen sehr, sehr süßen Schweizer Boy. Und dann habe ich mir den Sandro angehauen, Swiss Shisha und fragte, Sandro, wie sieht es denn aus? Hier ist dieses Shisha Summit, sind Sie da auch eingeladen? Dann war er auch eingeladen. Dann habe ich mir gedacht, na gut, wenn ich das jetzt mit einem Trip zum Sandro verbinde, noch ein paar schöne Tage mit Sandro und seiner Freundin verbringe und wir dann auch noch zum Shisha Summit, jetzt hätte ich fast Carst gesagt, zum Shisha Summit gehen, dann maybe worth it. Und man auch noch snowboarden kann, ne? Genau, ich bin ja jetzt Snowboarder, haben wir ja schon mal drüber geredet. Haben wir ja ein Snowboard gekauft. Eigentlich habe ich mir das Snowboard ja dann nur für diesen Trip gekauft. Oder was heißt, nur für den Trip, das Mieten von einem Snowboard in der Schweiz ist astronomisch teuer und dann dachte ich, dann ist es vielleicht schlauer, wenn ich mir einfach ein Snowboard kaufe. Dann war ich jetzt zweimal in Winterberg und jetzt war ich zweimal in der Schweiz fahren. Und dann dachte ich, okay, Snowboarden mit dem Sandro in geilen Schweizer Skigebieten, Shisha Summit mitnehmen und vielleicht noch ein, zwei Städtetrips und coole Sachen mit dem Sandro in der Schweiz machen. Dann lohnt sich das auf jeden Fall. Bin beim Runterfahren noch bei der Lüdi vorbei, das ist eine andere Streamerin. Die war dann auf einmal ab und zu bei uns im Stream, dank einem Wenki. Und dann bin ich bei ihr noch vorbei, hab einen Kaffee getrunken, das heißt, ich bin zweieinhalb Stunden zu Lüdi gefahren, hab einen Kaffee getrunken, bin nochmal zweieinhalb Stunden weiter zu Sandro gefahren. Also kam eine halbe, dreiviertel Stunde drauf, aber dafür hatte ich einen sehr coolen Kaffee-Stand. Ja, genau. Mit kleinem Stop in der Mitte, sehr wichtig. Dann wurde ich noch Geisteskrank vom Zoll auseinandergenommen an der Grenze. Die haben wirklich mein komplettes Auto durchsucht, mein Portemonnaie durchsucht, alles. Natürlich nichts gefunden. Und der Marvin weiß nicht, wann es versteckt. Offiziell nichts gefunden. Oh, so ein Ding ist das. Nee, also ich habe ja nicht mal Tabak mitgenommen. Ich wollte eigentlich dem Sandro ein bisschen was mitnehmen, das kam dann aber zu spät. Jetzt ist es meins. Ich wollte dem Sandro Blackburn mitbringen, aber das Paket kam zu spät an, leider. Jetzt habe ich Blackburn. Was ist dann passiert? Dinge geschehen, ja. Da kann man nichts machen. Ja, also ich musste dann da nochmal eine halbe Stunde warten, während die mein Auto durchsucht haben und mein Portemonnaie durchsucht haben und so. Ich hatte noch meine Gym-Tasche im Auto mit den schmutzigen, ekelhaften Gymsachen. Da haben die auch noch die durchsucht. Und dann, ich habe so einen MyProtein Triple Container, wo ich mir Whey reinpacke. Und dann haben die den gefunden und dann waren die so, was ist das? Ich so, das ist Whey. Und die so, aha, okay. Also man muss sagen, die waren nett. Die waren nett, aber bestimmt. Also eigentlich genauso, wie so Beamte sein müssen. Aber ich kam mir halt schon vor, wie irgendwie so ein Schwerverbrecher, der hier gerade, weiß ich nicht, gleich in Hochsicherheitsgefängnis abgeführt wird. Ja, auf jeden Fall haben die mich eine halbe Stunde durchsucht, nichts gefunden, weil auch nichts zu finden war. Und dann bin ich weitergefahren, dann war ich beim Sandro. Dann haben wir uns kurz Hallo gesagt, schnell gegessen und haben den Stream gestartet, weil wir meine normalen Streams auch bei Sandro weitergemacht haben. Ja, das ist cool. Ja, das ist halt geil. Wenn du zu jemandem fährst, der auch einen kompletten Streamingkeller hat, dann kann man da auch ganz nochmal weiter streamen. Das war auf jeden Fall sehr nice. Und dann sind wir am nächsten Morgen direkt nach Lax gefahren. Lax ist ein riesiges Skigebiet. Also wirklich geisteskrankt groß. Ich glaube, die haben 230, 240 Kilometer Piste. Zum Vergleich, Winterberg hat 27. Oh. Oh. Also sie sind fast zehnmal so groß wie Winterberg. Das ist halt auch voll früh los, ne? Um 6.30 Uhr saßen wir im Auto. Ja, man fährt von Sandro ungefähr anderthalb, zwei Stunden nach Lax. Aber dann bist du halt in einem der größten Skigebiete, die es gibt, ne? Und in einem der besten Skigebiete, die es gibt. Und das war schon wirklich geisteskrankt. Wir hatten leider sehr, sehr warmes Wetter. Also es waren teilweise, also unten waren es glaube ich sogar 13 Grad oder so. Ach krass. Ja, dann sind wir hochgefahren, dann war es so knapp drüber. Aber immer, wenn du die Abfahrten genommen hast, die halt weit gehen. Es gibt eine Abfahrt, die geht 25 Kilometer. Das heißt, es gibt eine Abfahrt, wenn du vom höchsten Punkt, die Talabfahrt, bis zur Talabfahrt durchfährst, sind über 25 Kilometer. Das ist einfach mehr als Winterberg im gesamten Skigebiet hat. Eine Abfahrt in Lax. Geisteskrankt. Wie lange bist du denn da mit dem Sohn unterwegs, wenn du 25 Kilometer runterfährst? Boah, ich könnte dir jetzt nicht mehr sagen, wie lange wir gefahren sind, aber eine halbe Stunde oder so fährst du, glaube ich, schon. Krass. Ja. Mit ein paar Stops, weil ich mich aus dem Maul lege. Einmal habe ich mich böse zerrissen, aber das war beim zweiten Mal. Ja, dann waren wir in Lax und das war dann freitags. Also ich bin donnerstags angekommen, direkt donnerstags Stream durchgezogen, freitags nach Lax. Ganzen Tag da snowboarden. Da kam dann auch noch der Omar dazu. Der Omar macht die Alpaka-Balls. Also er ist aus L.A., der macht Alpaka und ist jetzt auch für Tangiers Deutschland so ein bisschen zuständig. In Kooperation mit Huka-Indern, die das ja nach Deutschland holen wollen. Übrigens soll, um da kurz noch News mit reinzupacken, Tangiers soll dann wohl starten mit der Shisha-Messe im April. Also aus Februar wurde nicht ganz was, aber ich kann es nur nochmal sagen, verlasst euch nicht auf Release. Ich wollte gerade sagen, das haben wir ja schon ein bisschen prediktet, dass das nicht unbedingt sein muss, dass es im Februar kommt. Ja, also das, again, wenn irgendjemand sagt, das kommt dann und dann, verlasst euch nicht drauf, nagelt die Leute nicht drauf fest, wartet einfach, bis es wirklich zu kaufen ist und dann ist es da und fertig. Der Shisha-Szene, also du bist besser dran, wenn du gegen ein Release-Datum setzt, als auf ein Release-Datum. Bestes Beispiel, ich habe ja mit Johannes über den Release von den The Plugs, glaube ich, gewettet und so konnte ich 2000 Euro an Köpfen an meine Leute verlosen. Sehr wichtig. Genau, dann waren wir den ganzen Tag snowboarden und dann war abends direkt noch das Dinner vom Shisha-Summit, weil Shisha-Summit war Freitagabend Dinner und Get-Together und Samstag waren dann die ganzen Vorträge. Ich war so am Ende bei dem Dinner, dass mein Kopf nicht auf meinem Teller gelandet ist, war alles, aber sehr, sehr gutes Essen da, auch for free, also das war halt in dem Event mit drin. Deswegen Kuss an Shisha-Messe für die Einladung, das war sehr nice, das war sehr, sehr nice. Sogar irgendwie Trüffel-Kartoffelpüree und ganz nobel. Auf dieser Ebene also. Auf dem Level, ja. Nee, also war nice und war halt wirklich cool, wer alles da war. Also aus der Tabak-Industrie waren super viele Leute da, Pfeifen-Industrie waren super viele Leute da, Aeon-Stimulation, Nameless, Nagilem, Aeon-Stimulation, Heino, es waren so viele Leute da. Auch international halt. Der Gründer von Karl Laut war da, der meiner Meinung nach den mit Abstand besten Vortrag gehalten hat. Okay. Ich versuche auch, ich bin dran, dass ich den Vortrag nochmal komplett bekomme und dann werde ich mir auch den nochmal im Stream angucken. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, guckt in die Storys. Maybe war es schon. Dann ist der noch für Mitglieder online. Ja, weiß ich nicht. Ich versuche den auf jeden Fall zu bekommen, weil der war geisteskrank nice, den müssen noch mehr Leute sehen. Der kann nicht nur für die Shisha Summit Leute sein, den müssen mehr Leute sehen. Der war so, ja man, das ist der Grund, warum ich Pfeifen rauche und ich will, dass es alle Leute wissen. Das ist super nice. Super, super nice. Und dann sehr viele coole Vorträge am Samstag. Das war ein bisschen Krise, dann nach dem langen Tag Snowboarden und Dinner, kurz schlafen und wieder nach Zürich fahren. Weil von Sandro fährst du Stündchen schon nach Zürich, gerade mit dem Verkehr morgens. Oh, ich wurde noch geblitzt auf dem Hinweg in die Schweiz, aber nicht in der Schweiz. Okay. Ich war 20 kmh zu schnell. Ab 21 gibt es einen Punkt. Glück gehabt. Da war ich wirklich lucky. Da war ich sehr lucky. Ja, Kuss an Stadt Freiburg. Viel Spaß in meinem Cash. 60 Euro. Naja. Ja, besser als ein Punkt. Bin ja auch zu schnell gefahren. Ist ja richtig. Genau, Samstag waren die ganzen Vorträge, die waren alle ziemlich cool. Der beste für mich, der von Karl Laut. Und ich hoffe, dass ich den nochmal im Stream zeigen kann. Dann sonntags sind wir nach Luzern gefahren. Sehr schöne Schweizer Stadt. Natürlich, wie immer, umgeben von Bergen, mit einem schönen See in der Mitte und eine wunderschöne Stadt da dran. Haben wir uns da ein bisschen umgeguckt. Dann gab es noch die Kappelbrücke. Das ist so eine mittelalterliche Brücke, die mal abgebrannt ist, wieder aufgebaut wurde. Ich habe Heißi Maroni probiert. Das heißt tatsächlich so. Ich mache mich nicht lustig. Das heißt wirklich so Heißi Maroni. Das sind heiße Maronen. Heißi Maronen, ja. Maronen. War lecker. Und dann sind wir da ein bisschen durch die Stadt gelaufen, haben uns das alles angeguckt. Und montags sind wir nochmal snowboarden gegangen. Und Sandro hat übrigens extra ein komplettes IRL-Streaming-Setup gebaut. Das heißt, wir haben an beiden Tagen live von der Piste gestreamt. Übel nice. Der Schweiz-Vlog bin ich übrigens noch dran. Wenn der Cast rauskommt, ist der Schweiz-Vlog bestimmt schon online. Wie lang wird er? 50 Minuten. Ja. Habe ich tatsächlich komplett auf dem Handy gefilmt. Ach krass. Ja, wollte ich mal ausprobieren. Wollte ich länger mal testen. Weil Handy hast du eh immer dabei. Und mittlerweile Handy-Kamera-Qualität. Na klar. Ich meine, du hast ja den Spanien-Vlog auch schon so hybridmäßig gefilmt. Genau. Das waren so die ersten Tests. Und habe gemerkt, okay, das ist gar nicht so scheiße. Maybe probiere ich das mal für einen kompletten Vlog. Und es war actually gut. Also ich bin tatsächlich ziemlich überzeugt von der Qualität. Du merkst es, sobald es dunkel wird und du die Dreifach-Kamera benutzt, da ist es ein bisschen schwierig. Aber Main-Kamera und gerade wenn gutes Licht ist, überragend. Ja. Also das war cool. Ganz kurzer Einwurf. Ja. Wir hatten ja vorhin, als ich angekommen bin, schon so, wie schnell die Zeit eigentlich vergeht. Ich hatte letztens, um genau zu sein vorgestern, hast du ja bei Instagram manchmal so die Memories, die dir angezeigt würden. Ja. Vorgestern, vor einem Jahr, waren wir in der Place-Fabrik gewesen. Ja, habe ich auch gesehen. Und ich dachte so, Alter, das ist schon ein Jahr her. Ja. Das ist krass, ne? Fühlt sich nicht an, als ob das ein Jahr her wäre. Nee, auf keinen Fall. Das ist schon wirklich heftig. Ja, und dann montags, was war denn montags? Ach, montags waren wir snowboarden, genau. Dienstags haben wir dann nochmal abends gestreamt. Ich weiß gar nicht, was wir dienstags tagsüber gemacht haben. Weiß ich nicht. Am Mittwoch bin ich dann, glaube ich, heimgefahren. War da nochmal irgendwie Käse-Fondue essen oder sowas? Ah, nee, ich bin dienstags heimgefahren. Ah. Ja, oh, nicht Fondue. Wir haben Raclette gemacht. Hast du meine Storys dazu gesehen? Nee, ich weiß aber nur, dass die Schweizer anders Raclette machen, als wir Deutschen. Bro, anders? Wir haben Raclette komplett verhackstückelt. Weißt du, wie die Schweizer Raclette machen? Ich glaube, die legen den Käse nur in das Pfändchen und machen es dann über die Kartoffeln. Ja. Ja. Die packen nur Käse ins Pfändchen. Ich muss sagen, unsere Pizzas an so... Ja, sowas machen die dann auch so, so Pfandinger. Aber Raclette in der Schweiz ist, du nimmst die Kartoffeln, die du gekocht hast, machst die auf deinem Teller klein, machst eine Scheibe Chäse in das Raclette-Fändchen, lässt den schmelzen und kippst den dann über deine Kartoffeln. Das habe ich letztens gesehen, ja. Ja. Wir haben das auch analysiert und wir sind zum Schluss gekommen, dass wir das in Deutschland anders machen, weil unser Käse scheiße ist. Weil Sandro und seine Freundin haben, glaube ich, zehn verschiedene Raclette-Käsesorten geholt und das waren zehn von irgendwie 30, die es da gab. Ach krass. Also wir hatten Bierkäse, Portweinkäse, Knoblauchkäse, Trüffelkäse, Pfefferkäse, Safrankäse, geisteskrank. Wirklich geisteskrank. Also was die an Käsesorten da haben, die Schweizer Klischees treffen da auf jeden Fall zu. Heftig. Da muss man wirklich sagen, da schaffst du es ja. Alles gut. Dieses Schweizer Klischee, dass der Käse und die Schoki dort einfach nochmal ein anderes Level ist, es stimmt halt einfach auch. Ja. Also als wir in der Schweiz von der Käse gegessen haben, das war schon mal ein anderes Level. Und wir haben einen Bekannten, der schickt halt hin und wieder mal Schokolade. Und das ist halt... Wir waren nach unserem Snowboard-Trip am Freitag, sind wir noch bei Lederach vorbeigefahren. So ein Schweizer Bruchschokoladenhersteller. Und da waren wir sozusagen im Schokoladen-Outlet. Ich habe so eine fette Schokoladentüte mit heimgenommen. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Wie viele Kilo? Fünf. Fünf Kilo Schokolade. Ich habe auch einiges davon verschenkt. Aber ich habe auch gut Schweizer Schokolade. Also ich habe nichts bekommen. Nee, du kriegst auch nichts. Perfekt, danke dir. Du kriegst was ab, wenn du zu mir kommst, aber du kommst ja nie. Selbst schuld. Kriege ja keine Anladung. Du bist immer eingeladen. Achso, ich bin immer eingeladen. Immer. Okay. Mittwochnachts, fünf Uhr morgens, kein Problem. Weiß ich Bescheid? Solange du Köpfe baust, kriegst du auch Schokolade ab. Das ist unser Deal. Also heute Nacht, nach dem Streamen, wenn ich sehe, okay, Stream ist aus, fahre ich einfach so ohne Ankündigung bei dir vorbei. Ja, so viel ist auch noch da. Wir rauchen bestimmt einen guten Nachtkopf. Komm rum. Kein Problem. Kein Problem. Kriegst du auch Schokolade? Bestimmt. Kommt drauf an, wie gut der Kopf ist, den du mir baust. Die sind immer gut. Immer gut? Ja. Dann kriegst du auch immer Schokolade. Besser als immer seine. Schokolade. 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 Nicht Schokolade, sondern Schokolade. Das ist mit Doppel-G. Schokolade. Mit Doppel-G? Ja, das ist wirklich mit Doppel-G. Also das ist ja auch echt so ein Ding, wenn Sandro dabei ist. So die Aussprache oder die Sprache von Schweizer ist manchmal wirklich so. Und ich bleibe dabei, diese Sprache wurde so konzipiert, dass du die als Deutscher gar nicht können kannst. Weil, ich hab's schon das letzte Mal erzählt, als ich aus der Schweiz gekommen bin, aber es hat sich dieses Mal einfach wieder bewahrheitet. Gerade Ä, E und A. Die machen da keinen Unterschied. Du sagst es dann mit A, dann sagen die, ne, das ist mit Ä. Dann sagst du es mit Ä und dann sagen die, ne, das ist ein E, Bro. Und dann sagst du es mit E und dann kommt wieder ein A. Und generell, A und O ist das nächste Thema. Die sagen ja nicht Acht, sondern Ocht. Ocht? Es ist ein O oder ein A oder beides, Bro. Ocht? Das ist wirklich anders. Also, auch Läderach, ne, der Schokoladenhersteller, ist ein Ä. Ist ein Ä. Also der Buchstabe, der da geschrieben wird, ist ein Ä. Also würdest du eigentlich sagen Läderach. Ja, ich hätte nämlich gedacht, es ist ein E. Und dann sagen, Läderach. Bro, da ist ein Ä. Ja, sag ich doch. Wo? Also Schweizer Sprache, Schweizerdeutsch. Anderes Beispiel. Wir waren, als wir montags snowboarden waren, waren wir dann noch auf der Alm. Alp. Wie heißt das dann? Alm? Keine Ahnung. Wir waren dann noch was essen. Mittagessen. Ja. Und dann habe ich mir El Plamakronen geholt. Und das war wieder dieses Ä. Du merkst schon, ich habe große Probleme mit dem Ä in der Schweiz. Und dann hole ich mir das und wir waren ja live am Streamen. Also habe ich den Leuten erzählt, was ich esse. Und dann sage ich so, El Plamakronen. El Plamakronen. Und dann der Sandro so, nee, Bro, du sagst das falsch. Du musst das El Plamakronen sagen. Genau wie ich es gesagt habe. Und dann sage ich das wieder genauso. Und dann sagt der Sandro, nein, du musst so sagen. Und ich schwöre, ich habe es genau so gesagt. Und dann sage der Sandro so, nee, ist falsch. Und ich so, nein, Mann, ich habe es perfekt wie du ausgesprochen. Auf einmal zwei Mädels am Tisch neben uns. Nee, hast du richtig scheiße gesagt. Einfach so der Front vom Tisch nebendran. Was macht ihr mich jetzt so scheiße von der Seite an, Alter? Ich versuche wenigstens eure komische, ausgedachte Sprache zu sprechen. Da wäre ich gern dabei gewesen. Das hätte ich gern gesehen. Ich weiß, maybe gibt es den Ausschnitt aus dem Stream noch. Einfach vom Nebentritt fertig gemacht. Oh, Bro, weißt du, einfach der Deutsche, der einen schönen Tag in der Schweiz genießen will. Nein, full on gefrontet, weil er wenigstens probiert, diese komische, ausgedachte Sprache zu sprechen. Wirklich anders. Wirklich anders, die Schweizer. Anyway, Schweizerdeutsch, schwieriges Thema. Ja, wie wärst du, wenn Sandro nächstes Mal hier ist, der muss einfach probieren, Hochdeutsch zu sprechen. Was macht der ja? Du wirst lachen. Ich habe eine Sache in der Schweiz festgestellt. Für einen Schweizer, der Hochdeutsch redet, Hochdeutsch redet, für einen Schweizer, der Hochdeutsch redet, kann der Sandro, das ist herausragend gut, Sandros Freundin auf der anderen Seite, ich mag dich echt gerne, falls du die Folge Schichter kannst, aber es tut mir leid, wir hatten das Thema schon oft, 50% Chance, dass ich sie verstehe. So krass? So krass. Und wenn die beiden auf Schweizerdeutsch reden, das ist dann so, du verstehst kein Wort und dann immer so, oder die reden irgendwas, oder Alex, fühle ich zu 100%, auch als ich in der Schweiz fand, ich dachte so, ja, Schweiz, Deutsch, Schweizerdeutsch, Deutsch, da musst du was verstehen. Ja genau, da dachte ich auch, und dann stand ich da so vor allem und ich hab den einfach nur angeguckt, wie so ein Pferd, was irgendwo rumsteht, weil der redet und so, du, irgendwo verstehst du, was er sagen will, aber du verstehst auch nicht, was er sagen will, weil es einfach so, nee. Ja, ich glaub, das ist ein bisschen wie Spanisch und Italienisch, klingt erstmal ähnlich, aber ist trotzdem, nee. Anders. Oder Spanisch und Portugiesisch, maybe. Ja, also, Schweizerdeutsch. Ich glaub, es ist einfacher für mich, Japanisch zu lernen. Sag ich, wie es ist. Sag ich, wie es ist. Gut, aber Schweiz war auf jeden Fall saugeil, dann bin ich Dienstag heimgefahren, war eine ätzende, lange Fahrt und danach war ich so tot, dass ich tatsächlich den Dienstag-Stream hab ausfallen lassen. Und ich lass nicht oft und nicht gerne Streams ausfallen. Ich war aber auch komplett tot nach dem, also wir haben so wenig geschlafen, und dann auch so viel Sport gemacht. Ich mein, so ein Tag Snowboarden zieht mal kurz 3000 Kalorien aus deinem Körper raus, ne? Das musst du erstmal wieder reinkriegen. Hab ich aber überhaupt fünf Donuts gegessen. 26 Schweizer Franken hab ich für ein paar Donuts bei, wie heißt sie die, Dunkin' Donuts bezahlt. Bitte was? Ja. Ja. Aber mein Körper hat so nach Zucker und... 26 Schweizer Franken für... Ja. Okay. Ja, ja. Für so eine Sechser-Box. Die bei uns 13 Euro. Ich hab vier gegessen. Einen hab ich Sandros Freundin abgegeben und einen Donut hat Sandro bekommen und vier hab ich gegessen. Aber ich hab's auch gekauft. Ja. Basically hab ich jeden Donut gekauft und mir noch drei. On top. On top. Ja. Genau. Das war der Schweiz-Trop. Dann war ich wieder da. Dann war ich am Ende. Dann hab ich ein Wochenende frei gemacht. Das war schön. Ja. Muss übrigens sagen, das, was ich dann noch nachts irgendwie gekocht hab, ne? Ich war so hart neidisch auf dich. Diese, die Bowls... Was denn? Wir haben vieles gekocht, was geil war. Ich hab die Bowls gesehen. Ja, die Lachs-Bowl. Die hab ich ja der Vivi nachgemacht, ne? Also Moes Freundin. Ich war... Boah, weiß ich gar nicht. Vor ein paar Wochen hab ich mal mit Mo und seiner Freundin zu Abend gegessen. Und da hat die Vivi gezaubert und die hat so eine Lachs-Bowl gemacht und die war einfach herausragend. Ich hab gesagt, Vivi, ich brauch dieses Rezept. Ich muss das irgendwann nachmachen. Und das war die armselige, also im Vergleich armselige Variante von der Lachs-Bowl von Vivi. Und die war trotzdem auch sehr gut. Also gerade der Lachs, wenn du den mit Sojasauce, Teriyaki-Soße, Honig, Sesamöl, ein bisschen Gewürze. Ich weiß nicht, ob ich ein bisschen ins Rezept gucken, was alles drankommt. Kann ich aber auch eigentlich nebenbei machen. Aber das war auf jeden Fall überragend lecker. Warte mal, mal gucken, ob ich das schnell finde. Sojasauce, Sesamöl, Teriyaki-Soße, Chiliflocken, Knoblauch, Ingwerpasta und Honig. Das lässt du leicht einmarinieren. Dann brätst du das Ganze in der Pfanne an, schneidest dir halt noch Gemüse dazu, was du haben willst. Wir haben genommen Mais, Paprika, Avocado und Gurke. Ja. Dann den Lachs in die Mitte, das Gemüse außenrum und Sushi-Reis rein. Bisschen Sriracha und Mayonnaise drüber. Killer. Absolut Killer. Das war so einer von den Armen. Könnte ich eigentlich morgen wieder kochen oder übermorgen. Das ist super gesund, super lecker. Muss halt viel schnippeln. Du kennst aber bestimmt so die Abende, wo du im Bett liegst, so denkst du, ich hätte eigentlich noch Hunger, aber eigentlich lohnt sich das nicht zu essen. Und dann siehst du diese Story und ich lag da so und dachte, Alter. Wir haben halt auch übel spät gekocht. Ich glaube, um 1.12 Uhr haben wir zu Abend gegangen. gegessen. Auwala. Ja, und da war ich schon ein bisschen neidisch. Ja. Geschieht dir recht, ich bin auch oft neidisch von deinem Essen. Ja. Passiert. Das ist der ewige Kreislauf des Essen-Futter-Neids. Ja. Der ewige Kreislauf des Futter-Neids. Ja. Dann haben wir noch die Zucchini-Burger gemacht. Die waren auch geil. Zucchini-Scheiben klein geschnitten, paniert und angebraten. Dann Brot leicht in der Pfanne angeröstet. Eine Guacamole unten drunter. Noch ein bisschen Käse auf die Zucchini. Zucchini übrigens im Ofen. Nicht in der Pfanne, gebraten, sondern im Ofen gebacken. Auch richtig geiler Snack für abends. Was heißt Snack für abends? Aber so ein, ich sag mal, eher leichtes Abendessen. Für dich Snack für abends. Für mich eher ein Snack. Ja. Ich bin aber dafür, dass wir auf jeden Fall wieder wegswitchen von Essen, weil ich bekomme langsam noch Hunger. Ja, Dito. Ich hab bis jetzt nur ein Waifu drin. Ich hab gar nichts. Also. Ja. Mein Kriegel liegt noch hier, wenn ich eigentlich essen wollte. Musst du dir aufheben. Ja. Grip. Grip. Oder zwischendrin so. Das ist ein schönes Mikro rein, so auf Ars und R-like. Wir blenden dann so ein paar Minecraft-Essen-Songs ein. So ein Ding wird das. Ja. Shisha Summit war auf jeden Fall sehr, sehr nice. Sehr viele coole Insights bekommen. Auch von unterschiedlichen Märkten. Wir haben zum Beispiel einen Vortrag über den russischen Markt bekommen. Wir haben einen Vortrag über den brasilianischen Markt bekommen. Wir haben sehr viele Zahlen zum deutschen Shisha-Markt gehört. Wo ziemlich viel auf die 25-Gramm-Regel geschoben wurde. Aber ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass bei allen Betrachtungen im Moment so ein bisschen außen vor gelassen wird, dass halt extrem viele Leute extrem viel Tabak auch gebunkert haben. Safe. Das heißt, du siehst, wie so über 2022 die Kurve so immer weiter angestiegen ist. Und dann 2023 halt voll der Drop. Aber nachdem halt monatelang Panik gemacht wurde, ich kenne Leute, die haben über 100 Kilo Shisha-Tabak im Keller. Obviously müssen die gerade nicht so viel einkaufen. Das wird da so ein bisschen außen vor gelassen, hab ich manchmal das Gefühl. Also ist schon scheiße. Safe. Keine Frage. Aber ich glaube, es ist gar nicht so schlimm, wenn man betrachtet, was davor mehr verkauft wurde, zu dem, was jetzt weniger verkauft wurde. Ja, ich denke trotzdem, dass trotzdem ein gewisser Anteil davon daran liegt, dass es halt so ist, wie es jetzt ist. Aber ich denke trotzdem, dass diese ganzen Vorzugskäufe vom letzten Jahr einfach da trotzdem die Menseronde spielen. Fand ich auch sehr, sehr gut beleuchtet. Da gab es so einen ganz interessanten Artikel in der OP Online, die das nochmal relativ neutral beleuchtet haben, muss ich sagen. und auch auf das Thema eingegangen sind, wo auch der Volke vom Shisha-Verband da noch ein paar Worte dazu gesagt hat. Also fand ich echt einen guten Artikel. Sehr, sehr neutral geschrieben. Fand ich gut. Der Volke war unter anderem auch der, übrigens war auch mal sehr cool, ich hatte schon mal ein paar Telefonate mit dem Volke. Volke ist der Geschäftsführer vom Shisha-Verband Deutschland. Also so ein Dachverband von allen Shisha-Firmen, die es so gibt oder zumindest alle mitmachen, aber das sind zum Glück ziemlich viele, die so ein bisschen die Interessen der Shisha-Branche vertreten. Gegenüber der Politik als auch der Öffentlichkeit. Das ist auf jeden Fall sehr nice. Ich habe noch die Ruth kennengelernt. Die ist praktisch, die ist bei der ESCA, European Shisha Community Alliance. So rum. Hat ein bisschen gedauert, habe ich es zusammengekriegt. ESCA, European Shisha Community Alliance. Das ist praktisch das, was der Shisha-Verband auf der EU-Ebene ist. Also ein bisschen großflächiger, sage ich mal. Und Volke und Ruth arbeiten auch viel zusammen, obviously. Was aber auch sehr cool ist und in der Shisha-Szene an sich leider nicht selbstverständlich ist. Aber es ist cool, dass die Szene so ein bisschen mehr zusammengerückt wird. Entschuldigung. Natürlich schade, dass es jetzt wegen so einem Thema erst ist. Aber trotzdem auf jeden Fall gut, dass da wenigstens mal was passiert. Und besser später als nie. Ja. Genau. Also sehr coole Vorträge und ich glaube, das rundet meinen Trip zum Shisha-Summit ab. Nee, eine coole Sache noch. Ja. In dem Vortrag von dem Russe, der da war, der ist von der Fedotov Group. Und die Fedotov Group macht so ein bisschen, das ist so ein bisschen das Shisha-Journal Slash, ja so ein bisschen Shisha-Journal auf Russland bezogen, aber sehr professionell gemacht, mit vielen Analysen, mit vielen Gesetzestexten, die analysiert werden. Ich bin da jetzt auch in der Telegram-Gruppe und übersetze mir da immer die russischen Texte. Also ich kriege jetzt viel aus Russland mit. Zum Beispiel wichtig für alle russischen Tabakhersteller, ihr müsst noch an Ministry of Health eure Zusammensetzung des Tabaks einsenden. Bis Ende März. Denken Sie bitte dran. Warten die vorhin in der Gruppe. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, kennst du den Big Mac Index, Alex? Ja, sag mir auf jeden Fall was. Der Big Mac Index ist so ein bisschen die Kaufkraft eines Landes, dargestellt auf ein Gut, was es überall gibt, den Big Mac. Und da wird praktisch gesagt, mit einem durchschnittlichen Einkommen kannst du dir in dem Land so und so viele Big Macs kaufen, beziehungsweise so viel kostet ein Big Mac in den unterschiedlichen Ländern. Ich glaube am günstigsten ist Ägypten mit 1,80 US-Dollar für ein Big Mac und am teuersten ist glaube ich die Schweiz, aber ich weiß gerade nicht wie viel. Und die haben dasselbe für die Shisha-Branche mit dem Adalia-Index gemacht. Ah, okay. Wie viel kostet ein 50 Gramm-Päckchen Adalia und wie viele Päckchen Adalia kannst du dir mit einem durchschnittlichen Einkommen kaufen? Und das war nochmal sehr krass zu sehen, dass Deutschland mit der Steuererhöhung trotzdem nicht schlecht dran war und sogar mit der 25 Gramm-Regelung immer noch nicht in der unteren Hälfte ist. Ach krass. Also uns geht es in Deutschland immer noch nicht scheiße. Man vergleicht natürlich immer mit dem, was man kennt. Natürlich. Und die Shisha-Raucher kennen halt vor allem die Preise, die halt vor 2, 3 Jahren am Start waren. Beispiel 200 Gramm Holster 17,90 Euro. Klar. Das tut natürlich weh, wenn wir jetzt bei 24,90 Euro sind und das würde auch wehtun, wenn es die 25 Gramm-Packung gibt, aber international gesehen oder gerade auf den Rest von Europa bezogen, geht es uns gar nicht so scheiße. Das heißt, eigentlich ging es uns die ganze Zeit geisteskrank gut und jetzt relativ normal im Vergleich zu den anderen Ländern. Aber wir sind halt trotzdem das Alte gewohnt. Wir sind halt verwöhnt davon. Ich meine, das gibt es ja bei vielen Sachen, dass du halt an das gewohnt bist, was du bis zu der Zeit hast. Und ich meine, vor ein paar Jahren so zu der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, da konntest du sogar noch nehmen, dass wir 12,90 Euro kaufen. Ja. 200 Gramm. Ja. Das ist anders. Und das ist halt nochmal ein ganz anderes Wenn du jetzt hören würdest, 13 Euro für eine 200 Gramm-Soße, denkst du dir, holy fuck, ist das billig. Ja. Früher war es normal. Genau. Hättest du früher gesagt, in ein paar Jahren kostet eine Shisha-Dose 25 Euro, da hätten wir richtig Panik geschoben. Ja. Aber gut, so ist das. Aber ich wollte nur noch mal sagen, der Big Mac Index war sehr, sehr cool, um irgendwie, der Adalia Index war cool, um irgendwie noch mal aufgezeigt zu bekommen, so die 25 Gramm-Regelung sackt, gerade weil sie halt unnötig und kompliziert und Müllproduktion und pipapo ist, aber was Preislevel angeht, gerade im Vergleich mit dem durchschnittlichen Einkommen in Deutschland, ist es gar nicht so scheiße, wie es erstmal wirkt. Es ist relativ normal, tatsächlich. Würde ich jetzt leider gerne anhängen? Ja. Aber, ja. Auf jeden Fall leider, weil, again, du vergleichst halt mit dem, was du gewohnt bist. Und wenn es uns die ganze Zeit extrem gut ging und jetzt normal ging, ist es trotzdem eine Verschlechterung. Klar. Zu 100 Prozent. Ich glaube, wir sind uns alle einig, von mir aus könnten 200 Gramm Tabak auch gerne nur 5 Euro kosten und weiterhin 200 oder 1000 Gramm Packungen geben. Eben. Eine Frage nochmal zum Shisha Summit. Ja. Und zwar zu einer Thematik, die in den USA ja relativ populär war in den letzten Jahren und ob das aufgegriffen wurde, Flavorban. War das ein Thema beim Shisha Summit? War ein Thema beim Shisha Summit. Es wurde nochmal darauf hingewiesen, dass dieser Artikel, der letztens rumging von der Bild, dass das nicht auf Shisha bezogen war. Da gingen wieder viele Fake News rum. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, es gab in der Bild einen Artikel und es gab auch, ich weiß gar nicht mehr von welcher Behörde, aber es gab irgendeinen Artikel, Flavorban Shisha und alle schon so Holy Fuck, es ist bald da und dann ist vorbei und so. Das ist erstmal nicht auf Shisha bezogen. Aber es steht natürlich außer Frage, die EU will rauchfrei sein bis 2040, dass das irgendwann ein Thema werden kann. und auch da muss ich erstmal wieder ein bisschen sagen, lasst mal jetzt nicht so viel Panik schieben, lasst erstmal gucken, was passiert, wann das überhaupt kommt, wie das kommt, welche Wege Firmen finden werden, um da drum rum zu kommen, Beispiel Fuck Your Life und andere zwei oder mittlerweile drei Komponenten-Systeme. Können wir übrigens auch nochmal kurz drüber reden, über Fuck Your Life. Habe ich gar nichts mitbekommen. Okay, dann erzähle ich das gleich. Lass erstmal abwarten. Lass mal jetzt nicht Panik schieben, solange wir nicht alle Infos haben, gibt es keinen Grund, sich erstens Sorgen zu machen und zweitens den Teufel an die Wand zu machen. Aber die EU will rauchfrei werden und deswegen wird es um Shisha-Tabak oder generell um Tabakprodukte mit Sicherheit nicht gemütlicher und besser werden. Das ist auch ganz klar. Fuck Your Life, um so ein bisschen die News-Rubrik jetzt anzuschieben, es gibt gerade viele Fake News, dass Fuck Your Life jetzt verboten ist. hast du nicht gehört gekriegt? Ne. Also es gibt viele Leute. Ich habe langsam das Gefühl, ich lebe unterm Stein. Wer wohnt in der Ananas? Alex! Ne. Ne. Ich wohne unterm Stein. Du bist Patrick. Ja, genau. Das sehe ich mich. Ich lebe unterm Stein. Ich lebe unterm Stein. Fuck Your Life gab es viele Gerüchte, dass es jetzt verboten wird. Das ist aber falsch. Fuck Your Life gibt es aktuell nicht zu kaufen aus einem anderen Grund und zwar, dass Fuck Your Life umstellen wird von einem Zwei-Komponenten-System auf ein Drei-Komponenten-System. Das heißt, früher war es so, dass du dir einmal den Tabak und dann noch die Molasse-Slash-Aroma-Flasche geholt hast. Dann hast du das zusammengekippt, hast ein paar Tage gewartet, dann hast du fertig den Tabak. Dadurch, dass jetzt aber die Tabaksteuer auch auf die Molasse angewendet wird, wird das ein bisschen anders. Die Tabaksteuer beziehungsweise dann die Glycerin-Steuer setzt auf die Menge an. Sprich, je mehr in dieser Flasche ist, umso mehr Steuern musst du zahlen. Um dem ein bisschen aus dem Weg zu gehen, wird jetzt einfach nur bei Fuck Your Life, abgesehen davon, dass du die Base, also den Grundtabak, nicht mehr in 75 Gramm kaufen kannst, sondern dir dreimal 25 Gramm holst und es wird übrigens 25 Gramm in so kleinen Pouches geben, aber auch in der großen Dose. Das heißt, du kannst dir eine große Dose 25 Gramm Tabak holen, holst dir noch zwei Pouches, kippst die Sachen zusammen, boom, du hast 75 Gramm Tabak in einer fertigen Dose und der Molasse-Part, der vorher einfach eine Flasche war, wird aufgesplittet. Einmal in einen Aroma-Shot, wo dann wirklich nur noch statt 130 Gramm wahrscheinlich noch so 30 Gramm drin sind und dann kippst du noch 100 Gramm Glycerin dazu. Okay. Die wirst du auch separat erhältlich dann bekommen und dadurch zahlst du halt nur auf die 30 Gramm die Steuer, statt auf 130 Gramm und so wird gewährleistet, dass der Preis nicht geisteskrank viel teurer wird. Wird wahrscheinlich auf einem relativ ähnlichen Level zu normalem Tabak jetzt aktuell noch in 200 Gramm. Das ist die letzte Tabaksteuererhöhung, die wir hatten, auf 200 Gramm. So in dem Segment ungefähr wird dann Fog Your Life liegen. Müssen wir aber mal gucken, wenn es soweit ist, da gibt es noch keine finalen Zahlen. Das ist nur so, was ich bis jetzt aufschnappen konnte. Ja, das heißt, du kaufst dir deine drei 25 Gramm Pouches, den Aroma-Shot, kippst da Glycerin rein, das wird in so einem Vape-Aroma-Fläschchen sein, wie man das vom Vape kennt. Da musst du dir ja auch jetzt schon die ganze Zeit Aroma holen, in so einer großen Flasche. Dann holst du dir deine Nikotin-Shots, die kippst du mit rein und dann holst du dir deinen PG-VG-Base-Gemisch und dann kippst du das noch mit rein und dann hast du fertiges Liquid. Und basically so wird jetzt eben auch Fog Your Life sein. Tabak, den Aroma-Shot und Glycerin, kippst alles zusammen, wartest zwei, drei Tage, boom, fertiger Tabak, ohne jegliche Auflagen, zu einem hoffentlich günstigen Preis und dann auch in 200 Gramm Dosen fertig. Ja, das ist Fog Your Life. Ja, hört sich ja gut an. Ja, und sobald, ich hab einen Prototyp zugeschickt bekommen, ich hab aber gesagt, ich will nichts zu dem Prototyp machen, weil es bringt mir nichts, es bringt den Leuten nichts, wenn ich jetzt irgend so ein Vorabding zeige, wo noch nichts wirklich final ist, wo wir nicht wissen, ob das wirklich so kommt. Ja, klar. Das wäre relativ unnötig. Also ich warte, bis es da ein fertiges Produkt gibt und dann werde ich aber auch direkt ein Video zu machen, einmal erklären, wie das funktioniert, wie man das am besten macht und so weiter. Ja, bin ich gespannt. Aber ich bin jetzt auch davon ausgegangen, dass Fog Your Life nicht verboten ist, sondern dass das einfach jetzt noch... Ja, aber es gibt halt viele Leute so, holy fuck, es gibt kein Fog Your Life mehr zu kaufen, wurde das verboten? Ja. Ich hab hier gehört, dass es verboten wurde, stimmt das? Nein. Es ist nur gerade genau diese Umstellung, dass die alten Flaschen abverkauft wurden und das neue Drei-Komponenten-System jetzt noch nicht da ist. Ja. Und in dieser Übergangszeit gibt es noch kein Fog Your Life. Aber es kommt wieder. In einer leicht anderen Variante, aber es kommt wieder. Ich bin gespannt. Also Fog Your Life, ich muss sagen, ich vermisse jetzt schon die Traummünze. Ist leer bei dir? Ja, ist leer. Das ist belastend. Das ist belastend. Ja. Weißt du, was nicht belastend ist, Alex? Was ist nicht belastend? Boah, der nächste geile Übergang. Dass wir endlich wieder neue Pfeifen auf dem Markt haben. Das stimmt. Zwei an der Zahl. Das war sehr lange Durststricke gewesen. Ja. Und jetzt habe ich das Gefühl, es geht langsam wieder los, was neue Produkte angeht. Ja, habe ich auch das Gefühl. Ich habe heute sogar schon von einer neuen Pfeife gehört. Okay. Ja, aber da habe ich noch nichts zu sagen. Okay. Aber wir haben hier zwei Pfeifen bei uns stehen, die beide neu auf dem Markt sind. Und fangen wir doch mal mit der etwas älteren an, die vor ungefähr einer Woche raus, die Emotion Future. Was sagst du? Die Emotion Future, die zweite Shisha aus Mosel Motion. Man kannte ja noch, das sieht man gar nicht, die Rome, die Traveled Shisha, muss ich auch sagen, ist momentan meine Lieblings-Traveled Pfeife. Und da war ich natürlich hyped auf das nächste Produkt. und ich finde, bei der Emotion ist es sehr, sehr schwer zu sagen, warum ich die so sehr mag. Bei der Future. Habe ich gerade Rome gesagt? Nee, du hast gar nichts gesagt. Achso, bei der Future. Weil im Endeffekt sie ist sehr, sehr simpel gehalten und gibt mir trotzdem das, was ich von der Pfeife erwarte und zwar ein super angenehmes Rauchverhalten und einen einfachen Blow-Off und einen coolen Look. Und das ist so das, wo ich sage, ich könnte die Pfeife, könnte ich mir zu Hause instellen, könnte die eigentlich fast daily rauchen und ich würde nicht viel vermissen. Ich rauche die im Moment daily. Ja. Um die Leute nochmal abzuholen, also die Emotion Future, die neben dem Alex steht, vielleicht habt ihr auch schon mein Review gesehen, Alex Instagram-Content zu der Pfeife gesehen. Die Pfeife gibt es für 170 Euro im Set. Ist von Emotion erhältlich bei Mose. Falls ihr euch die Pfeife ziehen wollt, müsst ihr euch wieder absprechen. Code directly jeder, der eine gerade Ausrufzahl hat und Code SVG für jeden, der eine ungerade Aufrufzahl hat. Dann kriegt ihr noch ein kleines Goodie dazu und ein wenig Support für uns, falls ihr Interesse an der Pfeife habt. 170 Euro kostet das Ganze. Es ist ein Set mit Schlauch und Mundstück, aber kein Komplettset. Finde ich so, aber am allergeilsten, weil so passt Schlauch und Mundstück. Und Bowl. Und Bowl, ja. Genau, also Steckpfeife. Genau, also Steckpfeife mit einer Standard Bowl, die dabei ist. Schlauch ist dabei, Mundstück ist dabei in derselben Farbe. Es gibt fünf verschiedene Farben, kriegen wir die alle zusammen. Lime, Sky, Moab. 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 Ich hab immer Moab genannt. Ich hab immer Moab gesagt. Aber ich hab auch keine Ahnung. Ich auch nicht. Ja. Lime, Sky, Moab, Rogue, Rogue, Rouge, Rouge, das ist die, die du hast. Ah ja. Rouge und Stone. Stimmt, Stone. Stone. Ja, da haben wir alle fünf. Easy. Perfekt. Egal, guck mal da, das sind die Profibloggers. Super. Ja, genau. Da, um euch nochmal abzuholen. Genau. Wie schon gerade angesprochen, ist eine Steckschiecher mit Edelstahl-Base und auch Edelstahl-Innenleben. Das heißt, ihr habt außen dran wieder zwei Sleeves. Einmal das Inner-Sleeve, was dann farbig ist, je nachdem, welchen Color ihr euch ausgewählt habt. Und auch in dem Soft-Touch-Material, was man schon von der Roam kennt. Und ein Outer-Sleeve, das ist so, ist das Plexiglas? Ich habe Acryl-Glas gesagt. Ja. Also so war es auf jeden Fall. Acryl-Glas. Durchsichtiges Plastik. Genau. Ja. Mit einem schönen Aufdruck, was so ein bisschen dieses Sci-Fi-Design in der Pfeife so ein bisschen vollendet, würde ich sagen. Ja, also ich muss wirklich sagen, Design gefällt mir sehr, sehr gut. Gibt mir so relativ viel, was ich so von der Pfeife erwarte. Auch was Design angeht, eine kleine, also kleine bis mittelgroße Stecksiecher, würde ich sagen. Ihr habt eine schöne Edelstahl-Base. Was ich immer cool finde an Pfeifen, ist ein gerader Teller, ein gerader Edelstahl-Teller, der auch relativ dick ist, muss ich sagen. Geisteskrank dick. Es fühlt sich alles super hochwertig an. Was ich ganz cool finde, was ich nicht so viel benutzen würde, ich denke mal, viele von euch werden das benutzen, ist ein teilbares Taucher. Das heißt, ihr könnt die Pfeife sowohl für große Steckbolts als auch für kleine Steckbolts benutzen. Also Standard ist die kurze Variante. Genau. Passt ja auf kleine Steckbolts, aber es gibt eine Taucher-Verlängerung, die man auch dran schrauben kann, sodass man die Pfeife auch auf großen Steckbolts brauchen kann. Also auch die Standard-Ball, die dabei ist, ist dafür ausgelegt, dass ihr diesen kleinen Taucher benutzt. Da habe ich übrigens beim Auspacken erstmal komplett reingeschissen, weil ich dachte, meine Pfeife ist kaputt. Weil ich habe die großen Taucher, habe ich die angeschraubt und wollte ja auf die Bowl draufpacken. Klatsch erstmal volle Kanne unten gegen die Bowl dran. Ja. Aber. Unlucky. Passiert. Passiert. Nee, aber wie gesagt, es ist ein superschönes Endprodukt. Und wie ich es gerade schon einleitend gesagt habe, es ist nichts Besonderes, wird der Pfeife nicht gerecht, aber ihr habt keine Special-Sachen dabei. Es ist jetzt kein E.ON APS-Training, die hat keine 13 Blow-Offs, du hast keine Durchzugsverstellung, du kannst hier nicht magnetisch die Blow-Offs umstellen, pipapo. Es ist einfach eine wunderschöne Pfeife, also das ist natürlich Geschmackssache, aber ich persönlich finde die Pfeife wunderschön, mit einem geilen Rauchverhalten zu einem angenehmen Preis, das Mutschel kostet 25, farbiger Schlauch, maybe noch ein Zehner, wenn du 35 Euro abziehst, bist du bei der Pfeife bei 135 Euro. Finde ich fair, vor allem sehr eigene Größe, ungefähr 42 Zentimeter ist die Pfeife hoch, also nicht, sie ist groß für eine kleine Pfeife oder sehr klein für eine große Pfeife, wobei ich eher sagen würde, es ist eine sehr große, kleine Pfeife. Genau, würde ich auch eher mitgehen. Eine mittlere Pfeife. Ja, genau. Eine mittlere Pfeife. Ein bisschen kleiner als eine Alpha Model X. Ja. Ich finde die Größe geil und sie passt so, finde ich, auch echt gut noch auf große Bowls. Ja. Zum Beispiel, wenn du eine Breeze oder sowas auf eine große Bowl steckst, das nix. Das nix. Aber bei der Future passiert oder sieht das sehr, sehr nice aus. Genau. Ich bin echt Fan geworden, seit ich die fürs Review angefangen habe zu rauchen und sie dann endlich zeigen durfte, ich hatte die Pfeife so zwei Wochen vorher, würde ich schätzen. Ja. Seit ich die zeigen darf, habe ich glaube ich 80 Prozent meiner Köpfe da drauf geraucht. Vielleicht sogar mehr. Ich habe die einmal, bevor ich sie gezeigt habe, geraucht. Einfach nur um zu testen. Da war ich schon sehr, sehr happy, muss ich sagen. Und dann, seitdem ich die dann öfter geraucht habe, mein Bruder hat die auch relativ oft benutzt, weil der ist auch riesen Fan vom Rauchverhalten. Und ich muss sagen, wenn ich kein Content machen würde mit anderen Produkten, würde ich die wahrscheinlich sogar noch mal häufiger rauchen. und Rauchverhalten, weil wir jetzt nur gesagt haben, sehr, sehr gut. Ich finde sie schön offen. Relativ nah an der Edition 4 Lounge dran und das ist eigentlich so mein Benchmark an Durchzug. Cooler Blow-Off, der auch richtig schön voll ist. Unsere Köpfchen sind jetzt schon relativ durch, aber man sieht es glaube ich trotzdem noch ganz gut. Relativ leicht zu beziehender Blow-Off, sehr schöner Blow-Off, halt nur ein Blow-Off. Es ist halt, wie soll man, so wie wir es halt jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, es ist schwierig, die Faszination für die Pfeife zu vermitteln, wenn man die nicht selbst vor sich sieht oder nicht selbst rauchen kann, aber Rauchverhalten und Optik sind für mich eine 1+, mit Sternchen. Und wenn ihr jetzt auch so seid, dass ihr sagt, ich brauche jetzt eigentlich nicht mehr 15 Blow-Offs an meiner Pfeife, Hauptsache die ist einfach und schnell zu reinigen, einfach aufzubauen und lässt sich aber super rauchen, dann ist das auf jeden Fall ein sehr nice Ding. Für mehr Infos, guckt euch gerne nochmal das Review an. Weiß nicht, hast du so eine Art Review-Post mit mehr Daten und Fakten? Nee, ich hab da einfach nur ein schönes Reel gemacht. Okay. Also wenn ihr schnell einen Eindruck haben wollt, dann guckt euch mal das Reel an vom Alex. Ansonsten für ein ausführliches Review könnt ihr bei mir auf YouTube vorbeigucken. Da ist natürlich mit Cinematics und Pipapo alles am Start. Aufbauanleitung hab ich auch nochmal extra. Das heißt, falls es da Probleme geben sollte, ist auch noch am Start. Genau. Wichtig. Und dann gibt's noch eine neue Pfeife. Ja. Und zwar die Baruka. Da wird's ein bisschen schwieriger. Wir haben eine komplett made in Germany Pfeife. Sogar die Verpackung der Schaumstoff in der Verpackung. Die Ringe, die benutzt werden. Alles made in Germany. Das Einzige, was nicht made in Germany ist, ist die Bowl. Das ist aber eine Caesar-Bowl. Ich wollte gerade sagen, da kann man jetzt ist okay, würde ich sagen. Ist absolut okay. Also das ist nicht irgendwie um Kosten zu sparen oder so. Da wurden halt hochwertige Materialien benutzt für die Pfeife durch und durch. Und das beste Glas kommt halt aus Tschechien. Aber ich meine, wenn man sagt, man will trotzdem nur made in Germany holt man sich nur das Stemset. Genau. Stemset kostet 219 Euro. Mit der Caesar-Bowl, die ich jetzt drunter habe, kostet das Ganze 359 Euro. Das heißt, du hast 140 Euro Aufpreis dafür, dass du eine Caesar-Bowl in groß dabei hast. Die Caesar-Bowl sieht killer aus, finde ich. Aber das ist auch immer Geschmackssache. Verarbeitungstechnisch ist das Ganze ein Traum. Also ein absoluter Traum. Made in Germany 5, ich weiß nicht, was dir einfällt. Simulation, Aeon, MIG, Magnum, that's it. Ich glaube schon, ja. Und jetzt halt noch Baruka mit der Chill. Chill ist übrigens der Modellname Baruka, ist der Hersteller. Ist die erste Five von dem Hersteller. 140 Euro Aufpreis für eine Caesar-Bowl ist okay. Große Caesar-Bowls kriegst du eigentlich nicht für unter 170 Euro, würde ich sagen. Also in einem Sale natürlich schon. Ja, du bezahlst aber trotzdem 150 eigentlich. Ja, sagen wir mal der beste Sale der Welt, dann kriegst du 130, 140 maybe hin für eine große Caesar-Bowl. Und das ist halt auch der Aufpreis, der hier jetzt für eine Caesar-Bowl aufgeschlagen wird. Es gibt noch eine, die dann noch ein paar mehr Cuts und noch mehr Spielereien hat. Die kostet dann glaube ich 389 Euro oder 379 Euro. Irgendwie sowas, ja. Und es soll auch noch eine Standard-Bowl-Variante rauskommen. Die Standard-Bowls kommen dann aus Polen. Die habe ich aber noch nicht gesehen. Also da kann ich nichts zu sagen. Wirkt nach einem großen Aufpreis für eine Standard-Bowl. Aber again, ich habe die Bowls nicht gesehen. Also ich kann jetzt nicht sagen, ist das gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt. Müssten wir mal gucken, wenn dann die Standard-Bowls rauskommen. Aber gerade interessant finde ich halt schon, wenn ihr eine große Steckball habt, Stemset made in Germany, 219 Euro. Das ist auf jeden Fall nice. Die Verarbeitung von der Pfeife ist eine 1 plus mit Sternchen. Das ist top. Jeder Schliff, jedes Gewinde, herausragend. Wir haben einen relativ eigenen Bowl-Verschluss. Und zwar ist das keine normale Bowl-Dichtung, wie man es kennt von Steckpfeifen, sondern wir haben einfach zwei O-Ringe unten in der Base. Auch da, wenn der Shisha-Cast rauskommt, das komplette Review mit B-Roll, Cinematics, pipapo, ist dann alles schon online. Wenn ihr das nochmal im Detail sehen wollt, dann guckt euch das da gerne mal an. Es sind einfach zwei O-Ringe. Das ist, wenn ihr jetzt auf dem Tisch steht, ihr habt es ja die ganze Zeit gesehen, die Pfeife wackelt nicht rum. Also auch wenn ich mit meinem Schlauch rummache, die Pfeife sitzt wie eine 1 und so würdest du ja nicht, also wenn ich hier jetzt wirklich übertreibe, dann wackelt die mal ein kleines bisschen, aber halt auch wirklich nur ein kleines bisschen. Aber wenn man mal an den Teller geht und so wackelt, merkt man, dass sich das in einem kleinen Rahmen relativ einfach bewegen lässt. Also ich bringe gerade wirklich nicht viel Kraft auf und es wackelt ein bisschen. Das wirkt erst mal ein bisschen instabil. Ich hatte aber beim Rauchen niemals Probleme damit. Vor allem, man muss ja auch dazu sagen, das gibt es ja auch bei, also ist ja auch immer sehr, sehr abhängig auch von der Ball. Natürlich ist sie in Hand gemacht und ich kann mir vorstellen, dass bei anderen Pfeifen auch ein bisschen weniger wackeln kann. Mit Sicherheit. Perfekt drauf sitzt, vielleicht sogar Probleme hast, die reinzubekommen. Das ist bei Steckpfeifen immer so ein Zusammenspiel aus Ballverschluss, also Dicke, je nachdem. Also bei anderen ist es ja dann die Gummidichtung, die ihr habt und halt, wie ist die Ball gefertigt. Was wird da für ein Spielraum? Aber das Wichtige am Ende des Tages, ich hatte nie irgendwie Angst, dass mir die Pfeife da rausflutscht, dass das so instabil wird. Ich hatte nie Angst, wenn ich die rumgetragen habe und so. Von daher kann ich sagen, sehr einfacher zu benutzender Verschluss. Du kannst keine Teile verlieren, weil die Ohrringe sind super fest an der Base. Es funktioniert, es funktioniert einfach und ich habe keine Probleme beim Rumtragen, beim Benutzen der Pfeife. Von daher ist das für mich absolut in Ordnung. Kritikpunkt für mich ist allerdings der Blow-Off. Unsere Köpfe sind jetzt sehr durch, das heißt, er wird nochmal dünner aussehen, aber er sieht auch mit vollem Rauch, mit einem gut laufenden Kopf relativ dünn aus. Ich zeige das einmal. Also, ich weiß nicht, wenn du jetzt nochmal, unsere Köpfe sind ja gleich lange an, wenn du das Ganze nochmal bei der Future machst, das sieht halt nach viermal mehr Rauch aus. Ja, natürlich ist da wieder die Sache, was die Größe angeht. Da hast du natürlich weniger Spielraum bei einer Future, wo durch der Rauch ein bisschen gestauchter ist als bei... wobei mein Bowl-Volumen mit dem gekürzten Tauchrohr ist gerade auch nicht größer oder weniger. Also, ich würde sogar maybe sagen, du hast maybe sogar mehr Rauchvolumen in der Bowl als ich. Aber die Bohrungen in der Base sind relativ klein. Die Pfeife wurde mir vom Hersteller so gesagt, war drei Jahre lang in der Entwicklung. Das heißt, also entweder wäre das hart reingeschissen, kann ich mir aber nicht vorstellen. Für mich wird das eine bewusste Entscheidung gewesen sein von dem Hersteller. Wenn er das so will, dann ist das okay. ich persönlich hätte es mir ein bisschen anders gewünscht. Der Blow-Off ist auch etwas strenger. Das heißt, der ist nicht super offen. Und man hat auch ein kürzbares Tauchrohr. Also das ist normal in der langen Variante. Ich habe jetzt die kurze Variante. Muss man wirklich aufpassen beim Entlüften. Dadurch, dass es ein großer Widerstand vom Blow-Off ist, hast du einen sehr hohen Überdruck auf der Bowl, wenn du entlüftest. Und dadurch habe ich es tatsächlich gestern geschafft, einmal Kopf zu fluten. Das war echt sad, weil das war Blarry und Zitrone. Das tut weh. Ja. Und den Kopf konnte ich danach ausmachen, weil der Ripp war. Aber es ist mir nur einmal passiert und ich habe schon einige Köpfe jetzt auf der Pfeife geraucht. Ist auch nur eine Gefahr bei dem kurzen Tauchrohr. Das kurze Tauchrohr ist aber auch einer der Punkte, die mich am meisten an dieser Pfeife begeistern, weil sie krass wandelbar ist. Du kannst mit offenem Diffusor und mit kurzem Tauchrohr einen guten, sehr direkten Anzug haben, weil du sehr wenig Bowlvolumen hast. Der Durchzug ist dann absolut befriedigend. Du kannst aber auch, wenn du sie mit einem langen Taucher raus und den Diffusor zumachst, fast schon eine Tradi-like Rauchexperience haben und das aber nicht aus irgendeiner komischen Messingpfeife aus Ägypten, sondern mit einer hervorragend verarbeiteten Made-in-Germany-Pfeife haben und das für 219 Euro, was ich dann absolut okay finde. Ich hatte selten einen so großen Unterschied zwischen den verschiedenen Einstellungen einer Pfeife wie bei der Baruka Chill. Das heißt, der Unterschied von kurzes Tauchrohr mit Diffusor zu langes Tauchrohr ohne Diffusor ist krass. Und zum Beispiel auch der Diffusor ist in drei Stufen verstellbar, ist über ein O-Ring-System gelöst und fühlt sich einfach so hochwertig an beim Verstellen. Das ist krank. Das ist wirklich krank. Und das mit dem Blow-Off, dass der ein bisschen schwer geht, das wird Geschmackssache sein. Für mich müsste er aber ein bisschen dichter sein und dass man den Kopf fluten kann, sind eigentlich schon meine einzigen Kritikpunkte. Ich finde das eigentlich ganz, ganz, also ich verstehe, glaube ich, sogar die Lösung oder diesen Zwiespalt beim Blow-Off, weil ich finde, es hat auf jeden Fall was vom Look her, weil die Pfeife fast nach einem komplett geschlossenen System aussieht. Dadurch, dass du eigentlich fast keinen Spielraum hast beim Blow-Off an der Base, wodurch der Rauch natürlich nicht so dicht ist und vielleicht ein bisschen schwergängiger ist, sieht die Pfeife eigentlich super clean aus, dadurch, dass du keine Spaltmaße irgendwie kurz unter der Rauchsäule hast, wo ansonsten die Base relativ klein gehalten werden konnte, was das Gesamtbild eigentlich sehr, sehr schön macht in meinen Augen. Ja, und wo wir noch beim Design und Gesamtbild sind, was ich super cool finde bei der Pfeife, ist, wie sich die Design-Elemente und ist ja eine relativ schlicht gehaltene Pfeife, aber trotzdem hast du immer wieder diese Rauten-Optik. Du hast das am Diffusor, da ist schon eine Rauten-Optik eingearbeitet, du hast es in der Base, du hast es in der Rauchsäule, in dem Element in der Mitte und du hast es auf dem Teller nochmal in Form von dem Logo. Ja. Und in der Bowl hast du die Cesar-Bowl. Genau, ja. Und in der Bowl hast du es auch nochmal. Also es ist ein stimmiges Gesamtkonzept, aber natürlich eher schlicht gehalten, was halt auch einfach eine Designentscheidung ist. Entweder es gefällt euch oder es gefällt euch nicht, das müsst ihr selber wissen. Ja. Finde ich aber cool und ich finde es geil, dass wir eine Made in Germany Pfeiffer haben. Ja, auf jeden Fall. Also von daher, sehr, sehr nice. Ich würde, also wenn ihr noch keine Cesar-Bowl habt und ihr sowieso eine wollt und ihr euch die Baruka holen wollt, dann ist das mit der Rauten-Optik und der wunderschönen Cesar-Bowl ein guter Setpreis. 140 Euro für eine große Cesar-Bowl wird man wahrscheinlich kaum günstiger kriegen. Und 219 Euro für die Steckvariante von der Made in Germany Pfeiffer ist auch absolut okay. Seid euch drüber bewusst, dass es nicht der offenste Durchzug der Welt ist, dass der Blow-Off ein bisschen schwerer geht und ein bisschen dünner ist. Aber wenn das was ist, wo ihr Bock drauf habt und gerade diese Wandelbarkeit schätzt vom Rauchverhalten, dann ist es eine geile Pfeife. Aber es ist ja genau auch so dieser Punkt, den finde ich die Pfeife so unique macht, weil man kennt halt von Made in Germany Pfeifen und die wir jetzt hauptsächlich kennen, immer dieses extrem offene oder hauptsächlich extrem offene, natürlich bei Simulation kannst du es ein bisschen einstellen, ist dann trotzdem nicht so dieses Tradi-like Rauchen, wie du es mit einer Baruka machen könntest. Deswegen, das finde ich sehr, sehr cool und hat damit auch, finde ich, einen sehr, sehr guten USP, was dann auf jeden Fall für viele doch interessant werden könnte. Ja, absolut. Ja, und das so das kurze kleine Review im Shisha-Cast zu der Baruka. Ich weiß nicht, haben wir sonst noch Themen? Ich habe das Gefühl, wir müssen gar keinen zweiten Kopf mehr anmachen, oder? Ich habe auch langsam das Gefühl, weil ich glaube, es so flammer. Also ich glaube, wir hätten den zweiten Kopf eine halbe Stunde früher anmachen sollen, aber das haben wir irgendwie verkackt. Ja, ich glaube, weil sonst kann man eigentlich gar nichts mehr. Ja, ich glaube, wir haben über Augsburg geredet, wir haben über den Shisha-Summit geredet, wir haben darüber geredet, was bei uns so los war, wir haben über die zwei neuen Pfeifen geredet, Tabak, gab es keine News, oder? Ja, die Dosage und Fumlo haben wir uns abgearbeitet. Ich glaube, dann sind wir durch. Kosmos von Darkseid vielleicht noch, aber das ist für mich mit momentan mein Lieblingsplayer von Darkseid. Ach krass. Ja. Der war sehr, sehr schnell weg, fand ich sehr lecker. Ja. Ich fand den auch gut, aber für mich eher so ein Mix-Tabak. Verstehe ich, ja. Ist halt, die Alkoholnote muss mal draufstehen. Ja. Genau, und ansonsten, was ich gerne noch ansprechen würde, Marvin wurde langsam bekehrt zum Meerlochraucher. Ja, das stimmt wohl. Ich habe extrem viel Meerloch geraucht die letzten Wochen, ja. Gerade zu Hause habe ich fast nur Meerloch geraucht. Im Studio dafür fast nur Funnel und daheim fast nur Meerloch. Und für mich war der Gamechanger die Cosmo-Dead-Mami. Habe ich auch noch ein Video zu auf YouTube gemacht, aber die Bowl, also der Kopf, heftig. Da hat mir der Aaron von Academy gesagt, rauch da mal einen puren Mastef drin. Und das war wirklich Gamechanger für mich. Da habe ich nicht viel vermisst. Krass. Ja. Finde ich cool. Also das ist auf jeden Fall heftig. Ich tauche da gerade so ein bisschen ein. Sehr cool. Das freut mich. Aber ich glaube ansonsten war es das für die nächste Folge Shisha-Klass, ne? Dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie auch gerne beim nächsten Mal wieder ein. Euch noch einen wunderschönen Tag. Gucken Sie beim Alex auf Instagram vorbei. Directly Shisha Germany. Oder beim Marvin. Ja, oder auf den Streams. Dienstag, Donnerstag, Sonntag, 19 Uhr, YouTube und Twitch. Und ansonsten bis zur nächsten Folge. Genau. Rauchige Grüße. Rauchige Grüße. Rauchige Grüße. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.